Herzlich willkommen zum Edeltalk, zusammen mit Dominik und Kevin. Ah, bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Kevin. Ist das so ein Ding, dass wir hier jede Woche sind? Ja, wir haben einen Podcast, Bro, seit zwei Jahren. Ach so, warte mal kurz. Ich dachte, sie belabern einfach so, immer privat im Discord. Können wir auch machen. Du veröffentlichst es jede Woche? Ich hau das jede Woche raus. Ich mach Cash damit, Bro. Kriegst du nichts davon ab? Ja, wir reden nach der Folge. Na ja, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Videopodcasts. Also es ist natürlich nicht die zweite Folge allgemein, aber die zweite Folge mit Video. Wir haben uns heute für grünes Licht entschieden, deswegen muss Dominik jetzt spontan sein Lieblings-Simon-Unge-Video sagen. Du musst auch gleich sagen. Mein Lieblings-Simon-Unge-Video ist die erste Folge von Minecraft Piro. Ist auch, by the way, mein Lieblings-Henke-Video. Kenner wissen, Connoisseure kennen. Ich glaube tatsächlich, also jetzt auf Serious, ich glaube meine Lieblings-Minecraft-Folge ist eine Folge von Endergames. Die hat Simon-Unge, glaube ich, gelöscht, weil ich finde sie nicht mehr. Aber ich war in einer Simon-Unge Endergames, also er hat auch diese Endergames-Serie gemacht, wo er so die Sets probiert hat. Kannst du dich da beitragen? Nee. Okay. Ey, sorry, Simon, wenn du siehst, Bro, aber das war immer... Also auf jeden Fall hat Simon so eine Serie gemacht, da ist er halt immer reingejoint und hat dann irgendwie das Veganer-Set ausprobiert oder Kit oder wie das hieß. Was ist dann da gewesen? Da durfte man nur Karotten essen, aber hat dafür dann irgendwie extra Herzen bekommen oder so. Davon habe ich gehört, da habe ich gehört, ja. Und da war ich in irgendeiner Folge drin, da hat er mit Tuddle zusammengespielt und dann bin ich gestorben. Und dann stand unten Papa Platte... Ich glaube, damals hieß es noch Papa Platte HD in Minecraft. Bro. Nee, hieß du nicht anders? Nein, nein, nein. Hieß du nicht mal was mit... Hieß du HD? Ja, HD und übelst weird, ich habe es bis heute nicht verstanden, als ich Minecraft gekauft habe, war Papa Platte vergeben. Ja. Aber later in the process war Papa Platte irgendwann wieder frei. Gut, vielleicht hatte jemand den Account dann geclosed oder so. Irgendwie sowas oder den Namen umgenannt. Man konnte ja dann irgendwann den Namen umgenennen, da habe ich es ja dann auch gemacht. Auf jeden Fall kann ich zum Glück dann changen, weil stell dir vor, ich würde jetzt in Minecraft immer noch Papa Platte HD heißen. Ey. Sehr einfach nur cringe. Du hast mit Papa Platte wirklich Glück, weil das ist einfach was, was... Gut, der Name an sich ist vielleicht so ein bisschen das... Denkst du dir manchmal so, ach Digga, weil die Leute immer so Gags drüber kicken und so dieses Papa Platte, wenn du es anderen Leuten erklären musst, ist halt immer so ein bisschen so... Übel, also... Ein bisschen cringe. Ich habe da mit Max drüber gesprochen, weil ich hatte das ja im Podcast... Warte mal ganz kurz, mit welchem Max? Mit dem Kran-Crafter. Kran-Crafter, ah, okay. Und ich hatte ja in der einen Folge erzählt, dass Max das Übels hasst, das... Nicht hasst, aber er versucht ja diesen Namen so ein bisschen auszulöschen, weil er dieses Kran-Crafter halt nicht mehr so zeitgemäß findet, weißt du? Er versucht den Namen auszulöschen. Bruder, du weißt, was ich meine. So, und... Und ich check das, ich kann das so voll nachvollziehen. Ich habe auch übelst oft schon überlegt, ob ich von Papa Platte wegchangen sollte, was übelst dumm wäre. Also inzwischen, also das kannst du vielleicht machen ein, zwei Jahre in the process, aber jetzt changen wäre doch übel Quatsch. Ja, wäre Quatsch. Ich habe halt überlegt, ob man so den Channel für die Vlogs dann so Kevin Teller nennt oder so. Nein, 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 nicht. Aber ja, keine Ahnung, vermutlich ist es Quark. Aber ja, auf jeden Fall war ich da als Papa Platte HD in einem Simon-Unger-Video und bin da gestorben. Gestorben. Ja, das ist das Beste, was ich geschafft habe bis jetzt. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Video, ja. Ja. Also ich kenne es nicht, aber es hört sich, wenn du drin warst, Bruder, dann supporte ich natürlich von Herzen. Was hast du von diesen YouTube-Minecraft-Prime-Zeiten mitbekommen? Also es gab ja diese ganzen Projekte, Hero gab es mit den ganzen Arzten da, wo diese Städte da aufgebaut waren. Mega-Projekt, Pio, wo Henk ein Pirat war. Wo alle Pirat waren. Achso, ja. Ich war da, das war so die Zeit, wo ich so ein bisschen raus war, das hat mich auch gar nicht so krass gejuckt. YouTube allgemein? Nee, einfach so, ich war nicht so in diesem Ding einfach drin. Also ich habe angefangen auch, ich glaube auch so richtig mit YouTube an sich, so regelmäßig, mit dem Gronkh Minecraft-Let's-Play. Und ich glaube, ich bin so bei Folge 25 reingeslidert. Krass, so early in the beginning. Ja, weil das war so, da hat jemand so eine Stufe, der meinte so, ey, holt euch mal Minecraft, ich habe das auch, das war noch Beta damals oder so. Holt euch mal Minecraft, dann können wir das zusammen zocken. Ich habe das auch geholt und dann wieder so, hm, das hat 12 Euro gekostet oder not sure oder weiß nicht, aber lohnt sich das? Und dann meinte er, ja, schaut mal, da gibt es so diesen einen Typ, schaut doch mal diese Videos an, der zeigt das ein bisschen. Dann könnt ihr gucken, ob es euch gefällt, mäßig so, ne? Und das war halt Kronkh und das war halt sein Minecraft-Let's-Play, was dann bis Folge 5000 ging oder so. Krass. Und ich bin halt bei Folge irgendwas 20 da reingeslidert. Das war so ein bisschen die Wafer, dann war ich wieder ein bisschen raus. Weißt du, was ich krass finde? So, wir, also wir beide sind ja schon, also du jetzt so richtig Fulltime erst seit irgendwie einem Jahr oder so. Seit August, nicht mal im Jahr. Nicht mal im Jahr, okay. Aber so, wir sind ja irgendwie in dieser, in dieser Welt sind wir und vor allem ich ja schon so ein bisschen länger. Und das ist irgendwie so weird, weil jeder eigentlich in unserer Generation hat auch schon mit zwölf oder so YouTube-Videos geguckt. Sagen wir mal, zum Beispiel, bestes Beispiel ist, glaube ich, die Außenseiter. Habe ich neben White Hitty halt früher übelst viel geguckt. Ja. Und Digga, und jetzt ist es einfach so, wir kennen die mal einfach so privat. Ja, aber findest du das auch, wenn man jetzt so ihn zum Beispiel sieht, er hat ja mit mir im Haus gewohnt, so. Ich habe das überhaupt nicht mehr connected, gar nicht. Nein, ich auch nicht so richtig, aber manchmal denke ich so dran. Ist genauso, wir haben ja auch auf der Spiele-Sause waren wir auch mit Gron, also mit Erik. Ja, ja. Und so, man kennt halt Gron schon, dem man so zehn ist oder so. Und klar, man kennt ihn so. Ich habe nie so krass einen Channel verfolgt, aber ich kannte halt vor allen Dingen so, es gab so einen White Hitty GTA, Let's Play in Real Life. Und da haben halt so Phil Laude und so, haben halt so diese Characters gespielt. Oh, das war eine Zeit. Und Gron hat das so synchronisiert mäßig. Und daher kenne ich halt Gron und dass wir einfach den jetzt so privat kennen, ist so geil irgendwie. Das ist wirklich krass. Ist sowieso funny. Der hat sich auch optisch überhaupt nicht verändert. Nee. Wirklich, wenn du mir überlegst, wie ich den kennengelernt habe, so in meiner Erinnerung, versus wie der jetzt aussieht, lätschelt eigentlich die gleiche Person. Ich glaube, es ist vielleicht auch der Bart, oder? So ein geiler Bart. So ein Kron hat so einen übelst geilen Bart. Und ich finde, das lässt einen doch so übelst jung aussehen. Oder so, nicht jung, aber gut einfach. Aber Kron hatte, hatte der doch mal so richtig lange Haare, oder? Der hatte doch mal so richtig lange Haare. Ja, Bro, bis hier. Ja, hat die dann so zusammen gemacht. Ja, stimmt. Und weil jetzt hat er ja kurze, das ist gerade das Einzige, was mir so eingefallen ist. Er hat jetzt so ein bisschen kürzer. Aber ich kenne ihn noch so, da hat er so richtig die Haare so lang gehabt. Ja, true. Ich weiß nicht, wie lange hat er immer so. Das sah aus wie dieser Technik von Saturn. Ja, so ein bisschen länger sogar. Wie sieht diese Technik nochmal aus, Bro. Kann ja mal mit Saturn, die zahlen nichts. Ey, apropos aber Technik. Wir haben heute ein bisschen was gechanged hier. Oh ja, true, true. An der Microphone Nation. Muss man sagen, ich weiß nicht ganz genau, ob man es sagt. Doch, wir haben ja eine mobile Kamera. Wir haben hier wirklich das wildeste Setup uns ausgesucht, was wir hätten uns aussuchen können. Wir haben hier den Schrank aus meinem, also das ist quasi mein Nachtschrank, den ich hier in meinem Übergangszimmer, wir befinden uns ja immer noch in meiner Übergangswohnung. Oder du lebst wie ein Vagabund, Digger, wirklich. Können wir gleich nochmal labern. Auf jeden Fall haben wir hier den Nachttisch. Dann haben wir hier unsere Streaming-Ärme ran gemacht. Die Messer von Arm-Ärme. Arme, oder? Arme, ja. Ich muss auch das abdringen. Also hier haben wir unsere Streaming-Ärme dran, auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Twister, was man nicht sieht. Oh boy. Ich will nicht zu doll dran wackeln, aber hier befindet sich ein halber Kasten Kölsch noch drin. Wir sagen ja nicht, welche Marke haben die nicht gezahlt. Genau. Damit das Ganze nicht hinten überkippt. Ja. Wirklich, also da ist wirklich Technik auf höchstem Niveau. Nee, aber wir haben in den Kommentaren gelesen, übrigens sehr geil, danke fürs geile Feedback von der letzten Folge. Wir haben in den Kommentaren gelesen, dass viele meinten, dass wir an der Mic-Situation ein bisschen was upgraden sollen. Oder zumindest mal ausprobieren. Oder mal ausprobieren. Ich würde sagen, das ist nicht final hier. Ihr könnt uns ja super gerne mal in die Kommentare schreiben. Gefällt es euch besser grundsätzlich, wenn wir irgendwas in der Hand haben? Weil wir können die Dinger ja auch in die Hand nehmen. Also wenn wir unseren Mic in der Hand haben. Oder du könntest schreiben, wie ihr wollt. Ja, okay. Ja, ihr könnt auch was anderes. Oder wenn wir halt die anderen in den Stativ packen. Ich würde es feiern, wenn ihr die ganze Folge in der Zuckerstange in der Hand haltet. Ich würde es feiern, wenn ihr die ganze Zeit einen Satisfyer Pro in der Hand haltet. Okay. Hast du einen da wohl zu sagen? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Weil wir haben doch, bevor wir... Du musst einmal ganz kurz hier runterkriechen und einmal kurz an dem Rädchen drehen. Aber erzähl einfach weiter. Ja, okay. Ich... Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso. Satisfyer Pro ist eine sehr gute Sache. Gut, dass du es ansprichst. Und zwar haben wir ja vor der Folge so ein bisschen Soundcheck gemacht. Und dann warst du ja ein bisschen laut. Ja, wir beide ein bisschen übersteuert. Genau. Und hier über uns arbeiten ja auch Leute. Und dementsprechend... Oh. ...habe ich letztens mit Niklas, der gerade hinter der Kamera sitzt, hinter der Mobilen, gesprochen. Und ich meinte so, ja, Bro, hier ist übelst hellhörig. Ich wette, mich hat schon mal jemand beim Sex gehört. Bro, nee, nee, nee. Niklas, nein. Und der Guy hinter der Kamera... Filme dich bitte einmal kurz selber. Hey, Leute. Der Guy meinte, dass er mich schon mal beim Sex gehört hat. Bro, wirklich. Ich schwör auf, sag voilà. Wochenende. Ja, guck mal, das Ding ist halt, ich dachte halt so Samstag, Sonntag, keiner pullt ab. Der Typ arbeitet am fucking Wochenende, pullt da ab. Bro, da geht schon die Box aus, die hat schon keinen Bock mehr zu hören. Aber wie hat es sich so... Was hast du genau gehört? Einfach ein paar Geräusche, ne? Ein paar Geräusche. Ein paar Geräusche. Ein bisschen... Oh, no. Ich weiß nicht, das Ding ist... Aber mal entspannt. Mal entspannt. Ich persönlich finde das... Wie lange ging das? Minute. So ein Ace im Rockies... Ein Ace im Rockies Song gehört danach mal vorbei. Es ist auch nicht so, als wäre ich runtergekommen und hätte gewartet und wieder aufhört. Ich hätte gemacht. Boah, nimm doch auf und verkaufe irgendwo. Bro, ich habe noch nie jemanden beim Sex gehört. Außer ein einziges Mal. Da war ich in Bukarest. Und da hat vier Räume neben mir im Hotel... jemanden so krank lautes Pornstöten gehabt. Das war so ein... So mäßig. Hotel schon voll auf jemanden gehört. Und in meinem Kopf kann das... Also entweder der Typ ist wirklich eine Maschine, Digga. Ja, ja. Oder die verprügelt. Oder beides. Oder es ist eine professionelle, wollte ich sagen. Ach so. Aber das können ja natürlich auch noch sein, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, Digga, Hotel habe ich wirklich schon ein paar Mal sowas gehört. Aber dann denke ich halt so, wir haben gejuckt. Nee, das Einzige, was ich im Hotel gehört habe, ist im 25 Hours in Köln, wo wir nach der Edeltour waren. Da haben die ja immer so diese Boxen quasi direkt schon mit drin, wo man über Bluetooth sein Handy connecten kann. Ja, ist eigentlich cool. Punkt. Ist eigentlich cool. Ich will nicht... Crazy take, bro. Nee, es gibt was in mir, das sagen will. Bruder, ein Hotel, was mir so eine Box hinstellt. Es ist cool, weil ich kann es benutzen, aber irgendwie finde ich, es ist auch eine ekelhafte Anbiederung. Warum? Weiß ich nicht. Man, ein Hotel hat nicht so cool zu sein. Doch. Nein, ich finde so... Hä? Findest du es nicht cool, dass in einem Hotelzimmer eine Musikbox steht? Der Fakt, dass ich es benutzen kann, finde ich mega cool. Der Fakt, dass jemand halt so sagt, als sie das Hotel geplant haben, dass sie so sagen, ey, wir stellen das überall rein. Bro, das ist so... Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das ist so Pick-Me-Hotel. Ja. Das ist so Pick-Me. Aber die machen es gut. Bro, du kommst da rein und die payen uns nicht, aber du kommst da rein und die haben halt einmal einen Mini-Fridge oder wie das Ding heißt. Wie heißt das? Minibar. Minibar. Minibar umsonst. Zwei Wasser, zwei Kinderriegel. Ich glaube, das war beierst seit Corona. Zwei Kinderriegel, ein Bier, nee, das ist schon übelst lange so. Und diese Chips, aber Chips sind immer scheiße. Und diese Chips sind scheiße, ja. Aber es gibt was for free. Ja, das finde ich als Schwabe auch gut. Das ist cool. Ich sage dir so, diesen Boxen-Pick-Me-Fakt gleiche ich immer aus damit, dass jedes Mal, wenn ich da bin, diesen Notizblock und den Pleistift mitnehme. Jedes Mal? Ja, ja, ich habe so drei von den Pleistift zu Hause und diese Chips und dann schreibe ich so ein bisschen. Klar. Klaue ich immer. Alles kommt mit. Alles, was du willst? Ich war doch jetzt in London. Ne? Habe ich ja ein bisschen erzählt. Und da waren wir in einem Hotel und da tun die auch immer so Shampoos hin und alles Mögliche, okay? So, dieses Hotel hat in unserer... Und die haben es auch immer noch mehr gebracht. Jeden Tag kamen die und haben auch dazugestellt. Hast du es so gebucht? Hat das so 100 Euro pro Day on top gekostet? Nein, nein, halt einfach so Shampoo. Ist doch normal, dass die so keine... Ach, Shampoo. Shampoo. Ich habe verstanden, Shampoos. Digga, da kam jeden Tag so ein Champagne-Bordel rein. Bro, am ersten Tag kam einer und hat so einen Fruchtkorb gebracht und so Wein. Der Wein war übereklig aber. Und der kommt dann so reingefahren und sagt so, hier, Frucht, sorry, wir waren im falschen Zimmer. Ich denke so, okay. Für das andere Zimmer übel scheiße, weil da sind so Leute chillen. Da kommt ein Fruchtkorb zu denen rein. Und dann sagt der so, ah, fuck, falsches Zimmer. Die haben sich schon voll gefreut. Geht wieder raus. Bro, so bait, damit die das auch kaufen. Auf jeden Fall labere ich so ein bisschen mit dem. Und dann auf einmal, dann sagt er so, where are you from? Ich sage so, hey, Germany. Und dann auf einmal switcht der auf perfektes Deutsch, Digga. Und sagt so, ah, alles klar und so. Gernst du diesen Moment, wenn man sich mit jemandem auf Englisch unterhält? Und so auch lange, so relativ lange, so fünf Minuten. Und dann hat man diesen unangenehmen Moment, wo man so checkt, okay, beide Leute können Deutsch sprechen. Diesen Moment hatte ich so bei diesem, als ich in Salzburg war, bei diesem Center. Da haben halt fast alle Leute Englisch gesprochen. International Business. Also da sind halt auch Leute, das sind ja so erste Leute aus aller Welt gewesen. Und mit den meisten habe ich halt Englisch gesprochen. Und dann war halt ein so neuer Guy, den ich kennengelernt habe. Und mit dem habe ich dann halt locker 20 Minuten auf Englisch geredet. Von den Patienten quasi, ne? Ne, von den Ärzten. Achso, okay. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wie er mit einer anderen Mitarbeiterin Deutsch geredet hat. Und ich meinte so, wir können auch Deutsch reden. Und das war so brav. Aber ich finde, es ist dann nicht so unangenehm. Dann sagt man einfach, ah, du, äh, ich weiß nicht, bravo Deutsch. Aber Hermann, ich muss sagen, August, hast du auch Deutsch und Zucker. Auf jeden Fall. Was haben wir jetzt eigentlich erzählt von dir? Okay, also Fruchtkorb und so kam auch. Auf jeden Fall. Die haben halt immer so Conditioner, Shampoo, Seife. Das ist auch normal. Seife, genau. Aber die haben halt irgendwie viel gebracht so. Keine Ahnung, aber viel. Nein, du hast es nicht eingepackt. Und dann, naja, warte. So. Das heißt, jeden Tag kamen die, Bruder, da war Room Service dreimal am Tag oder irgendwie so. Haben immer halt Sachen hingestellt und sowas. So oft wie ihr da das Bett voll gewichst habt, war es vielleicht auch gut. Also mit ihr meine ich dich. Bro, ich sage ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie ich das erzählen kann. Ja. Ja, du weißt nicht was. Wir sind doch unter uns. Wir sind doch hier oben. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, sagt man mal so. Das Ding war halt, da lag halt an einem Morgen lag halt noch ein Kondom auf dem Boden. Eventuell. Oh mein Gott. Und ich bin halt zum Frühstück dann runter. Oh mein Gott. Shut the fuck up. Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu. Hör, warte. Und ich habe es halt nicht so gesehenmäßig, habe halt nicht mehr dran gedacht und dachte halt so. Aber auch dachte ich, ja gut, Room Service oder Zimmer Service wird so kommen, Mittag, Nachmittag, irgendwann. Weil ich glaube, wir hatten auch noch diesen Hänger draußen, so nicht störenmäßig. Und dann sind wir halt beim Frühstück, kommen wieder kurz und dann in die Stadt zu gehen und Room Service war da und das ganze Zimmer ist geputzt und dieses Kondom ist weg. Das heißt, da kam eine Frau rein und hat mein Kondom, was halt benutzt war, genommen und getrunken. What the fuck? Und zum Glück habe ich Tabasco reingemacht. Ja, das war schon ein bisschen ungegeben. Auf jeden Fall, die hatten super viele von diesen Conditionern und sowas, ja. Und dann war halt so Abreisetag und ich natürlich, meine Freundin hatte schon ihr ganze Sachen gepackt, alles aus dem Bad und so. Ja, die Girls machen das immer so einen Tag vorher, ne? Oh, nee. Auch irgendwie morgens, die sind so schnell gegangen. Ja, ich bin so irgendwie aufgestanden, so, was geht hier überhaupt ab? Auf einmal war die schon fertig. Ich so, scheiße, ich muss seit einer Viertelstunde rausgecheckt sein. Noch gar nichts gepackt, so. Habe es schnell gemacht und dann alles so eingepackt und dann bin ich so die einzelnen Räume und habe alles genommen in den Koffer und dann kam das Bad dran. Und dann habe ich halt meine Sachen nachher gepackt und dann sehe ich halt, dass sie alles stehen gelassen hat von so Shampoo, Conditioner, Seife, Nagelfeile, Desinfektionsmittel. Dann habt ihr euch gestritten. Alles. Fußweide. Und dann habe ich das halt alles eingepackt. Bro, warum? Mein Kulturbohle war so voll. Bro, das ist nicht dein Ernst. Drei Shampoos, drei Conditioner. Shut up. Seife, so diese Harzseife eingepackt, kann man immer brauchen. Nagelfeilen. Boah, ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Pinzette, so Wattepads. Alles eingepackt. War ja umsonst da gewesen. Und dann bin ich so raus und habe so richtig mit dem Verständnislosen Gesicht gesagt zu ihr, du hast ja alle Sachen da stehen lassen. Und ich so, ja, hä, ich brauchst das. Sagst du, hallo? Das ist umsonst. Das nehmen wir mit, alles. Und jetzt kommt's. Du sagst es umsonst. Nee, du sagst, es ist unnötig. Auch sonst war's nämlich. Jetzt, als ich in der neuen Wohnung war, hatte ich noch kein Duschgeld in der ersten Nacht. Weißt du, wer sich schön von dem Londoner Duschgeld schön geduscht hat, weil ich's mitgenommen hatte. Ja? Genau dafür sind die Sachen da. So, jetzt kommt ihr. Schreibt mal in die Kommentare. Nehmt ihr aus dem Hotel so Sachen mit, ja oder nein? Wenn ein Schwabe sagt nein, schickt mir Leute. Du wirst entschwabifiziert. Ja. Ich hab das noch nie gemacht. Das Einzige, okay doch, tatsächlich ist meine Freundin auch so ein bisschen so, aber die macht's immer so, dass die so sich Tee und so mit einpackt. Manchmal hat man doch in so Hotelzimmer, hat man so ne Teekanne und irgendwie so drei Pfefferminztees und auch zwei Schwarztees. Oh, das muss ich auch machen. Und den packt sie immer ein. Tee kann man auch mitnehmen? I guess. Berechnen die das nicht? Weiß ich nicht, bis jetzt nicht. Den hat sie sich immer komplett eingepackt und dann gibt's ja immer so diese Atzen, die das dann nachfüllen und die haben doch immer diese Schieber, wo so alles draufsteht. Ja, I guess. Wo dann nochmal so Handtücher sind. Ja, ja, ja. Tee und da mobsen wir uns, wenn wir da vorbeilaufen, manchmal auch noch so zwei, drei Tees mit. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast schon erzählt hast, aber das ist eine meiner liebsten Storys, an die ich zurückdenke beim Thema Room-Service-Hotel mobsen. Okay, erzähl, hau raus. Das war irgendwie, da hast du noch in Berlin gewonnen und ich noch in Stuttgart und wir waren irgendwie hier in Köln, aber in unterschiedlichen Hotels. Weiß nicht mehr genau warum, aber du warst irgendwie in einem Hotel. Auf jeden Fall war das so, ey, wir wollen einen Podcast aufnehmen, ich komme in dein Hotel rum. Weißt du, hast du dieses krasse Hotel mit diesem... Das war immer noch in Hamburg. War das Hamburg? Das war in Hamburg, wo ich, da bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen, ich weiß es hundertprozentig. Safe, safe, safe. Ja, das war der Tag, da bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Okay. Habe ich erwähnt, dass ich da mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Hey, cool, dass du so eine tolle Beziehung hast. Habe ich dich so schon erzählt im Podcast? Egal, ich hau nochmal aus. Viele neue Hörer übrigens, für euch ist die Story. Ja, ich habe oft gelesen, so, hey yo, das ist meine erste Folge, ich höre nicht auf Spotify-Podcast, immer nur YouTube. Deswegen, hey, wenn du ganz zum ersten Mal den Podcast hörst, was geht ab, halt? Ich bin also zu Kevin in das Hamburger Hotel gegangen und dachte so, Party aufnehmen, kippen wir mal, was ist. War aber morgens, ich hatte auch Hunger. Also laufe ich in das Hotel und dann, das war so super, also man musste so voll lang laufen vom Aufzug bis in der Zimmer, so ein paar Ecken und so, und da waren halt viele Zimmer auf dem Weg. Und ich laufe halt da dann so lang und dann komme ich an einem Zimmer vorbei, die hatten anscheinend sich am Abend vorher oder so Frühstück bestellt aufs Zimmer und das funktioniert ja so, dass die entweder klopfen, bis du halt aufmachst oder du kannst halt vereinbaren, ey, wir schlafen eh ein bisschen länger, stell es einfach vor das Zimmer ab, wir holen es dann rein, wenn wir wach sind, so auf den. Und ich laufe halt vorbei und die hatten es halt anscheinend bestellt und waren anscheinend noch nicht wach. Und dann sehe ich da halt wirklich, aber das muss man auch sagen, das ist auch unfair mir gegenüber, sehe ich halt wirklich feinste Waren aufgebahrt. Da haben die nicht mitgedacht, das war echt unfair dir gegenüber. Frisches Obst, Backbarn, alles war da Honig. Du hattest keine andere Waren, du bist nicht schuldig. So ganz ehrlich, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Auf jeden Fall laufe vorbei und sehe halt im Brotkorb, okay, die haben halt so verschiedene Brötchen und die haben, ich glaube, zwei Croissants waren da drin. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt ein Croissant nehme, haben die ja immer noch eins und die würden halt denken, ey, der Room Service hat halt ein Croissant zu wenig oder vielleicht merken die es gar nicht. Also auf dem Hinweg habe ich mir ein Croissant geschnappt, habe es schön gefuttert, habe so, ich habe das genommen, bin schnell um die Ecke und dann bin ich zu dir. War da keine Kamera oder so? Oh, was für eine Kamera? Egal, was wollen die machen? Die wissen doch nicht, wer ich bin, ich bin ja nicht mal Gast in dem Hotel. Ach so, ach, das war in meinem Hotel? Ah, okay, Mann. Auf jeden Fall gemobst, gefuttert, haben wir Potti aufgenommen, ein, zwei Stunden. Dann du so, ja, wir legen uns doch mal hin oder so. Wir sind ein bisschen müde geworden. Und ich bin halt, ich sage so, okay, ich glaube, da musste ich auch heimfahren oder sowas. Keine Ahnung, wenn es in Hamburg war, ey, ciao, ich hau rein. Lauf dann halt den Weg wieder zurück. Und dann erspere ich was. Die sind immer noch nicht aufgestanden. Wo ich auch fragen muss, wenn man so lange nicht aufsteht. Dann hat man sein Frühstück auch nicht verdient. Bro. Dann war es vielleicht auch ein Fehler vom Room Service, dass da keiner drin war in dem Raum. Aber das kann nicht sein, es war 14 Uhr. Also eigentlich hast du dann quasi ja zum, also du hast ja einen Beitrag für die Umwelt gemacht. Weil du hast Food Waste reduziert. Sonst wäre es ja weggeschmissen worden, ne? Und du hast dir jetzt das zweite Croissant mitgelegt. Denn auf dem Rückweg habe ich das zweite Croissant mitgenommen. Aber willst du Marmelade wenigstens oder so? Nein, das war glaube ich mit Schoko oder so. Also es war übel lecker. Habe das zweite Croissant rausgemobbt und dachte so, jetzt ist es eigentlich, eigentlich habe ich den übelsten Gefallen getan. Weil wenn die so davor aufgemacht hätten, guck mal, die machen davor auf und es ist nur ein Croissant drin bei zwei Personen. Da wissen die ja, okay, hier hat jemand was gemobst. Aber wenn gar kein Croissant drin ist, dann denken die, hey, hier gibt es halt kein Croissants in diesem Hotel. Weißt du, wie ich meine? Gibt es halt nur Brötchen. Also ganz ehrlich, Leute. Du hast den Gefallen getan, voll. Bro, ich habe den übelsten Gefallen getan. Voll, du bist so ein Samariter, Alter. Also deswegen, dass ihr checkt, was mein Hotelvibe ist, ja? Ich nehme alles mit, was nichts kostet. Okay, damit du checkst, was mein Hotelvibe ist. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass ich in diesem einen 25 Hours war nach der Edeltour. Ja. Und da sind ja diese Boxen und ich habe halt so um ein und nachts so Mucke angemacht und bin so Duschen gegangen. Stark überlebt. Ich finde, Mucke und Duschen ist immer ein stronger Combo. Ist auf jeden Fall ein Bild, ja. Finde ich immer sehr, sehr geil. Vor allem 25 Hours. Ja, du wolltest es gerade erzählen. Gerade macht es immer so richtig Budget. Nee, ich wollte was anderes erzählen. Ich mache es gerade immer so richtig Budget, weil wir haben hier so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist so eine Dusche. Die sieht so aus, als hätte man die einfach gerade frisch vom LKW geladen, dann da einfach so hingeclaced. Ja, das ist so ein Einbauteil. Ja, wie so eine mobile Dusche, die man jetzt einfach so removen könnte und ich könnte jetzt easy einen Meter nach rechts buchen. Ich müsste nur die Anschlüsse hinten halt abmachen. Ja, und Abfluss und so. Und Abfluss, ja. Aber an sich könnte man die easy ausbauen und woanders reinbauen. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Dusche geht. Naja, ich glaube, die Dusche, wie du die hast, so waren die früher immer. Weil ich erinnere mich noch so, dass wir in unserer alten Wohnung auch so hatten. Und heutzutage mauert, also tut man ja das richtig so einmauern und so richtig schön mit dem Mörtel. Und dann hast du so imprägnierte Regisplatten. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du ein bisschen mit so drei Grad brauchst du Winkel, dass das Wasser abfließt. Zwischen drei und sieben Grad machst du ungefähr. Dann die Fugen müssen natürlich auch imprägniert sein. Und dann fließt du schön hoch. Kannst du dir natürlich aussuchen, was du willst. Große Fliesen, kleine Fliesen, wie man möchte. Willst du mir gerade verkaufen? Du hast gerade ein bisschen ausführlich. Ich möchte so ein bisschen vielleicht eine kleine Handwerkerubrik mal vorbereiten. Kannst du mir so ein Angebot schreiben nach der Folge? Ich schreibe dir ein super Angebot, gar kein Problem. Auf jeden Fall, gerade mache ich es so übergangsweise so oben. Du hast ja diese Schiebetür da von so einer Dusche. Und dann habe ich das oben, lege ich das einfach so drauf, so auf Billo, mit meinem Handy. Und mache so bei Spotify einfach auf volle Lautstärke. Aber normalerweise, wenn ich jetzt so zum Beispiel in meiner Own-Wohnung in Berlin bin oder so, da habe ich dann halt so eine geile Box, weißt du. Bro, das ist doch ganz kurz. Kommst du dir nicht komisch vor, wenn du sowas sagst, wie wenn ich in meiner Berliner Wohnung bin? Ja, aber es ist ja meine Berliner Wohnung. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, ich bin in meiner eigenen Wohnung, dann denkt man vielleicht, dass es hier ist. Es ist gerade ein bisschen verwirrend. Okay, stimmt. Aber es ist schon krass, sowas zu sagen mit, da war ich in meiner San Tropea-Wohnung. Ja, ja. Okay, gut. Aber wenn du da bist, da hast du eine geile Box, meinst du? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall habe ich da halt so eine Box. Und dann mache ich die halt immer volle Lautstärke. Und das habe ich halt auch gemacht, weil ich wollte halt, ne, dieses 25 Hours ist immer so ein bisschen off-cozy, finde ich. Und ich wollte so ein Home-Feeling haben, ein bisschen entspannen, ein bisschen duschen. Ich dusche auch gerne sehr lange. Also, Box angemacht. Wasser verschwenden. Dann schön von Niklas hinter der Kamera die Cool-Playlist reingemacht mit den 13 Gefällt-mir-Angaben. Ey, du kannst jetzt nicht jemanden fronten wegen wenig Gefällt-mir-Angaben. Nee, das ist nicht, das geht nicht um die Gefällt-mir-Angaben. Ich finde einfach den Namen der Playlist, die heißt einfach cool, Bro. Ja, Bro, finde ich stark. Und ich habe, no joke, drei verschiedene Homies, die alle den Namen cool haben in der Playlist. Und ich werde, das werden sich auch gerade so viele Leute angesprochen fühlen in den Kommentaren, die auch ihre Playlist cool genannt haben. Ey, meine Playlist heißt, by the way, Codename Edelmann, ist auch spotty, weil zugehört, folgt gerne rein. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt die Playlist angemacht, ein bisschen Mucke gehört und dann so nach so 15 Minuten, das war so um ein Uhr nachts, ne, ich halt volle Pulle aufgedreht, weil ich dachte, ja gut, die werden ja die Box wahrscheinlich irgendwie limitieren oder so, dass man die nur so laut machen kann. Wie sollen die das machen? Keine Ahnung. Hat 25 hours auf einmal Hacker studiert und gehen in die fucking Ultimate Earsbox rein oder wie? Bro, guck mal, bei so Fernsehern machen die das doch auch immer die Nutten, Alter. Dann ist das so auf 20 und du kannst nicht lauter machen. Nein, ehrlich. Oft? Aber ich glaube, dann hat der Fernseher von Haus aus so eine Software für Hotels, dass du das machen kannst. Als ob so ein Hotel dann auf einmal so da aufschraubt und den Regler im Fernseher so umbaut, anderen Transistor einbaut. Boah, ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber ich dachte halt, okay, vielleicht haben die das da auch. Also ich voll aufgedreht, Digga, dann schön Mucke gehört und irgendwann höre ich nur so ein... Hier wollen Leute schlafen oder irgendwie so, Digga. Und ich so, Junge, sag mal Zimmernummer, dann komme ich rüber. Digga, das hat mich so abgefuckt, Alter. Ich hatte, ja. Das war so ein Moodkill, weißt du? Weil ich war so voll am Duschen, voll am Entspannen und dann war so eine Karen im Nebenzimmer, Digga. War es eine Frau? Ja. Okay. Ist das richtig? Nee, aber in meiner Vorstellung war es die ganze Zeit ein Mann, deswegen habe ich mich jetzt... Nee, 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 das war eine Frau. Ja, keine Ahnung, Bro, wenn du in einem Hotel bist, dann musst du damit rechnen. Dann nimm dir Europax mit oder Airpods. So, weil du musst damit rechnen, dass Leute irgendwie laut sind, dass irgendwo auf dem Zimmer noch gefeiert wird, dass irgendwo Leute fucken, whatever. Oder dann mach halt diesen Klopf-Move. An der Wand klopfen. Das finde ich okay. Das hatte ich auch schon mal, dass ich zu laut gefuckt habe und dann einmal so geklopft habe und dann so, okay, dann chill ich. Bro. Ja, aber ist doch so, weil dann ist es ja nicht so... Das hatte ich auch schon mal, dass ich einfach zu laut gefuckt habe und dann hat jemand geklopft und dann habe ich gesagt, ja, okay, klar. Achso, ob du es mir nicht hattest. Nein. Oder hier hören im Büro alle dich. Ich bin ein Quiet Fucker. Peinlich. Peinlich. Ich bin ein Quiet Fucker. Anscheinend ja nicht. Niklas, mach nochmal die Geräusche. Wie hat der gemacht? Ich hatte keine Geräusche. Der hat ganz eklig gestöhnt, hat er vorher gesehen. Nee. Also ich stöhne schon beim Sex, aber ich bin jetzt nicht so der... Beta. Was für ein Beta, ey? Du bist ein Beta-Mail. Stöhnenst du nicht beim Sex? Ich kann mir nichts Erotischeres vorstellen. So ist es gut. Nein, natürlich. Deswegen hat er ja auch geklopft im Hotel. Aber ich finde im Hotel... Warst du zu laut? Ja. Nein, weil es nicht allgemein war, er wollte halt pennen und die Wände waren halt nicht so... Ah, don't fuck, genau. Das muss ja auch gar nicht dieses an sich sein, sondern es kann ja auch zum Beispiel sein, wenn diese Betten so nicht so gut gebaut sind, dass die so knacken oder knitschen oder so. Weißt du, wenn du so Wand an Wand penst und so dieses eine Bett klopft dann halt immer so oder so eine Scheiße. Bro, das ist so dumm. Und ich finde aber so an die Wand hohen, ohne was zu sagen, ist so, ich habe gecheckt, was du von mir willst und ich respektiere es. Aber wir haben nicht zu viel persönlichen Kontakt aufgebaut, dadurch, dass ich deine Stimme höre oder dass du versuchst, mir zu reden, dass es nicht unangenehm ist. Es ist einfach, als würde man so... Du meinst jetzt quasi so mäßig, sorry, dass ich noch breche, aber du meinst jetzt quasi, wenn wir jetzt in einer WG leben würden und ich würde sagen, hey Bro, kannst du ein bisschen leiser sein, wäre es was anderes, als wenn jetzt so ein random Achhi... Ja, Achim. Wenn so ein random Atze aus dem Nebenzimmer, den du nicht kennst, sagst, hey, kannst du ein bisschen leiser sein. Zum Beispiel, oder halt am besten, wenn er es gar nicht sagt, sondern einfach nur klopft. Ja, das meine ich ja, also das stört dich und besser ist, dass er nur klopft, weil er dann hält dir die Fresse. Genau, weil dann sind wir noch ein Level von so Privatsphäre noch im Chilligen. Check. So und reden, ich höre die Stimme auf einmal, ich habe ein Bild von der Person auf einmal im Kopf und so, wie sieht die vielleicht... Bla, bla. Rede nicht, klopf und die Leute werden leise sein. Du wärst auch leiser geworden, wenn einer so einfach geklopft hat, hätte ich so, oh, fuck, sorry. Ja, ich hätte das nicht als so unangenehm, das stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ich hätte es nicht als so unangenehm in Erinnerung gehabt, hätte die Frau einfach nur kurz mal gegen die Wand geklopft. Okay, zu meiner, zu ihrer Verteidigung, irgendwas piept hier. Irgendwas piept hier, wie verrückt, ist ein Feuermeld da draußen ab? Ich glaube, es ist der Kühlschrank da hinten, I don't know. Vielleicht explodiert hier auch gleich was, wer weiß. Okay. Keep talking and nobody explodes. Also wir müssen weiterreden. Vielleicht hat sie auch geklopft und ich habe es einfach nur nicht gehört. Okay, das könnte sein, wenn du so laut unterwegs warst. Es war nicht so ein sauer, so ein, hey, sie will gerade pennen und das ist das erste Mal, dass sie klopft sauer, sondern es war mehr so ein, hey, sie versucht seit 20 Minuten mich aufzuschatten, Alter, damit ich endlich mal Ruhe gebe, damit sie pennen kann, sauer. Bro. Musstest du schon mal für irgendwas so bei der Rezeption anrufen, weil irgendwas so weird war? Egal, ob jetzt so Complaint-mäßig. Hast du dich schon mal richtig Complaint in einem Hotel? Ich bin so jemand, wenn ich Sachen so Complaint-mäßig habe, dann, ich sitze die dann einfach durch, anstatt mich zu beschweren oft. Nicht nur bei Hotels, bei allem eigentlich. Aber gab es doch nichts, was so weird war, dass du Complaint hast? Sicher, aber ich habe jetzt nicht so 100%ig eine Idee, was es sein könnte. Okay, ich weiß auf jeden Fall, kannst du nachdenken, ich weiß auf jeden Fall, dass ich einmal, weil ich bin eigentlich auch entspannt an sich. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, boah, sorry, das Kissen liegt hier quer, neues Zimmer oder so. Ja, so mäßig, genau. Aber es war einmal so, und es war auch ein relativ gutes Hotel, dass ich gesagt habe, ich glaube, das war bei Spiele sogar, da sind wir rein und dann bin ich in mein Zimmer und habe auf mein Bett geschaut, habe mich so ein bisschen hingelegt zum Chillen. Aber an Haare, auf Kissen und Bett und so. Vielleicht vom Putzmann, keine Ahnung, Putzfrau oder von einem anderen Gast. Bro, was ist das? Wir haben das Piepen gefunden, ganz kurz, Niklas ist gerade raus und hat das Teil geholt. Digga, ich suche meine Drohne schon die ganze Zeit. Können wir so ein paar aktive Drone-Schutz... Das ist also für alle, die nur hören, weil... Wo hast du das gefunden, weil ich suche die Drohne dazu auch. Das ist die Fernbedienung von Kevins Drohne anscheinend, die lag draußen vor der Tür und hat jetzt angefangen zu piepsen. Bruder, ich weiß nicht, ob die gleich explodiert, die ist auch übelst heiß, wie geht denn das aus? Mach mal aus den Aal, das ist auch ein bisschen nervig. Ach, hier, hier, hier. Bro, es geht nicht aus, legit nicht. Mach Batterie raus. Hier ist die Drohne. Soll ich starten? Was hat die für einen Aufkleber da vorne drauf? Da steht die Adresse von meiner Mom drauf. Okay, das sollte man vielleicht nicht in die Kamera halten. Weil, ähm, falls die verloren geht. Bro, die geht für real nicht aus. Die ganzen Possibilities, die man hat jetzt im Videopodcast, eine fucking Drohne zu fliegen oder einfach eine Family, die piept. Wenn ich hau die einfach gegen die Wand, Niklas. Ansonsten schmeiß ich einfach raus oder so. Das Piepen wird immer höher. Bro, hä? Bro, das explodiert wirklich. Bring es einfach irgendwo hin, wo wir es nicht hören. Ja. Bring es bei Dustin ins Büro, da kann es explodieren. Das ist Modern Problem Solving. Einfach irgendeinen Ton der Lautes einfach wegbringen. Bro, wenn bei Dustin im Büro eine Bombe hochgehen würde, wäre, glaube ich, sein Paperwork mehr geordnet als davor. Ja, das ist cool. No front und dust it. Ja, auf jeden Fall, ich hatte fucking Haare im Hotelzimmer. Da bin ich runter und habe gesagt, Leute, ich will jetzt nicht der Guy sein, aber ich brauche ein neues Zimmer, weil das ist ein Haare. Ja, okay, sowas hatte ich selber auch schon mal, ja. Und da meinten die, ja, wallah, ja. Ja, es gibt ja so Leute und da von denen habe ich irgendwie ein Stück weit auch Respekt, weil ich würde es auch irgendwie gerne machen, aber ich mache es nie. Die so hingehen und bei so Hotels dann einfach so, Fabi zum Beispiel, unser Homie ist so jemand, finde ich. Der würde dann nochmal so runtergehen und so sagen, ey, das Hotelzimmer ist ganz nett, aber haben sie vielleicht noch ein krasseres? Boah, das mache ich aber auch immer. Ja? Ich habe, ich erinnere auch schon einmal im Hotel gewesen, da fand ich den Fernseher sehr, sehr klein und dann bin ich schon mal runter und habe gesagt, ey, habt ihr eins frei mit dem größeren Fernseher? Und dann, okay, das muss ich dir erzählen, weil ich, das glaubst du nicht, was für ways ich da gegangen bin. Ich bin runter aus der Reaktion und habe gesagt, ey, wallah, sag wallah, habt ihr größeren Fernseher? Wallah, Habibi. Sie hat gesagt, wallah, nein. Dann habe ich gesagt, okay, aber ich wollte unbedingt einen, weil der war wirklich so klein. Dachte ich so, Gott, oh Gott. Da bin ich wieder hoch und habe mich so mit meinem Schicksal so ein bisschen abgefunden, aber ich dachte, hier stimmt was nicht. Und dann war gerade eine von den Putzkräften da und habe ich die Frau gefragt, die konnte leider nicht so gut Deutsch, wir haben wirklich mit Händen und Füßen. Ich habe gesagt, kennt sie hier, ich habe gesagt, ich bin in diesem Zimmer, kennt sie ein Zimmer hier, was größeren Fernseher hat? Ich habe gesagt, Fernseher, ich habe gesagt, komm mit Tür aufgemacht, rein. Ich habe gesagt, hier Fernseher, klein, 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 klein. Aber wie gesagt, habt ihr auch größeren? Hat sie so gesagt, ah, nee. Aber ich habe gesagt, oh, einen Moment, sie muss gucken, ob das frei ist. Dann sind wir rüber gelaufen und hat sie mir ein Zimmer aufgeschlossen. Das war leer, das hatte sie gerade geputzt oder so. Und da war ein doppelt so großer Fernseher. Und dann habe ich so gesagt, okay, okay. Dann habe ich mir die Zimmer umgegangen, bin wieder runter zur Rezeption und habe gesagt, sorry, ich bin es nochmal. Weil es ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich da war. Ich bin es nochmal. Ich habe jetzt nochmal durch Zufall, wegen der Putzkraft und so, da war gerade offen und so. Und ich glaube, der Fernseher ist größer in der 12.01. Ist die frei oder kann ich da anderen so? Ich gucke mal. Ja, die ist frei. Okay, dann habe ich das Zimmer bekommen. Ja, aber dann haben die das, also warum hat sie das vorher nicht gesehen? Bro, weil die keinen Bock hatte, da das einzutippen oder mich umzubuchen oder I don't know. Ist ja auch immer Arbeit für die irgendwie. Fucking weird. Man muss halt immer so ein bisschen gucken für seinen Buszustand. Ja, ich wünsche dir, ich wäre das auch, Digga. So die beste Story ist eigentlich, glaube ich, wo wir in der Rebel-Lounge waren in Köln. Und ich habe wirklich da die Welt schlechteste Shisha bekommen. Also das ist, glaube ich, schlechteste Shisha ist auf Platz drei. Auf Platz eins ist die Shisha, die ich in Dubai geraucht habe. Mit so Alu, ne? War das? Die war wirklich unfassbar ekelhaft. Die war so auf so, kennst du noch diese Zeiten, wo man so 16 war und so in irgendeiner Garage von so einem Homie so eine Shisha selber gemacht hat? Ja, ja, ja. Und oben mit so Alufolie, so mit Gabel, so Löcher reingemacht hat. Ja, Alu-Ding. So auf dem Level. Und dann noch mit so Selbstanzünderkohle. Selbstanzünderkohle. Schmeckt wie scheiße. Und dann mit dem schlechtesten Tabak, den du dir vorstellen kannst. So Zigaretten-Tabak mit so ein bisschen Mango-Sack. Ja, ja, genau, genau. Und das war übelst ruppig. Dann in Hamburg irgend so eine, und das haben wir auch in Hamburg auch richtig leicht getan, weil der kam mehrmals zu uns und meinte so, Ey, ist alles in Ordnung? Schmeckt die Shisha? Da war ich doch dabei, oder? Ja. Das kommt mir bekannt vor. Und wir so, ja, ja, die ist übelst geil. Und die war überscheiße. Stimmt, da erinnere ich mich, ja. Ja, und dann, das war die drittschlechteste auf jeden Fall. Und da war es ja so, ja, keine Ahnung, da kam halt kaum Rauch raus und es hat kaum geschmeckt und so. Und ich wäre jetzt, guck mal, das wäre ja so ein Moment gewesen, ich wäre jetzt nicht nochmal hingegangen und hätte gesagt, Yo, hey, die ist scheiße, kannst du eine neue machen? Sondern ich hätte einfach die gesmogt auf Krampf oder nicht gesmogt und wäre nie wieder in diesen Laden gegangen. Und wir hatten zum Glück Henki dabei, der dann einfach gesagt hat, ey, ich gehe da für dich hin. Dann ist er da zu dem Kellner hin, hat sich beschwert, ich habe eine neue bekommen, jetzt wird es dreist. Die war wieder scheiße. Bruder. Henki ist nochmal für mich hingegangen. Die nächste war wieder scheiße. Aber was machen die denn? Und die vierte, die kam, die war gut. Und das war wirklich ein Level von allem an Dreistigkeit, die hätte ich niemals besessen, aber ich war so dankbar für Henki. Aber ich finde, das ist dann auch ein Punkt, also ich glaube, maybe wäre ich auch nicht hingegangen, weil ich so dachte, Bro, diskutieren jetzt mit den Leuten scheiß drauf. Aber das Ding ist, wenn du einmal hingehst und sagst, die war scheiße, dann bist du drin. Dann kannst du nicht, wenn die dann nochmal scheiße sagen, okay, danke, sondern dann musst du es wirklich auch durchziehen. Ja, stimmt, stimmt. Ich finde, dann wird es auch irgendwann einfacher, zu sagen, Leute, ich habe doch gerade gesagt, das war nicht so lecker, jetzt habt ihr genau wieder, genau, wie kann man viermal in einem Shisha-Laden eine schlechte Shisha haben, oder? Vor allem, ich habe es nicht gecheckt, die war am Anfang wirklich einfach nur unnormal ruppig, Digga. Das war so, als hätte ich so, weiß ich nicht, meine Zunge über so einen Aschenbecher gezogen, Alter, und danach war einfach eine gute Feiche. Hast du den Tabak auch gechanged oder immer den gleichen? Nein, immer denselben Tabak. Ja, gut, vielleicht war der halt scheiße. Es war jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Vanille, Pistazie, fick mich den Arsch, sondern es war halt einfach Wassermelone, Chill oder so. Ja, ich hatte da halt, am Abend später war ich da mit, dann hatte ich eine Shisha, die war gut. Vielleicht war es wirklich einfach der Tabak. Ja, kann sein. Aber ich, das ist ein beschwerend Ding, ich bin da so in der Mitte, aber wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich so denke, boah, da werde ich einen kranken Profit rausziehen. Guck mal, bei sowas wie Hotel, da war ich halt auch fünf Tage oder so, denke ich so, okay, da würde es mich voll nerven, wenn ich den kleinen Fernseher habe. Bei sowas wie so Shisha wahrscheinlich denkst du auch, boah, ich bin jetzt hier eine Stunde, dann halt scheiße, gut, dann scheiße drauf. Check, apropos kranker Profit. Boah. Wow. Hast du das mit Filmklima mitbekommen? Oh, shit. Hast du es geschaut? Ich habe es heute früh geschaut, ja. Fuck. Fuck, ich habe es vorgeschlagen bekommen und wir haben auch Leute, Digga, das war mal wieder so ein YouTube-Video, wo so mehrere Leute auf WhatsApp so schicken, ey, schau das mal an. Krass, ja, ich habe es auch, glaube ich, mit einem Girlfriend geschickt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt oder falls du es nicht mitbekommen hast. Ich habe es noch nicht geschaut, ja. Es ist im Grunde ein 35-Minuten-Video, ich glaube, das Thumbname, der Titel, der spoilert fast gar nichts. Ich würde es dir aber jetzt einfach kurz erzählen, im Grunde ist es vom Neo-Magazin, heißt es so? Jan Böhmemann. Ja, von Jan Böhmemann. ZDF-Magazin heißt es inzwischen. Ja, ist auch egal. Nein, auf jeden Fall Jan Böhmemann. Ja, es ist halt, wie die Sendung ist, ist nicht egal. Okay, ist nicht egal. Sag die Sendung. Ja, ist nicht egal. Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Okay. Auf jeden Fall ist es so ein 35-Minuten-Beitrag über Fynn Kliemann und ich dachte halt so, ja, Fynn Kliemann ist ja so ein richtiger, so eine weiße Weste-Atze, habe ich immer das Gefühl. So wirkt er auf jeden Fall. Hatte ich auch immer gedacht. Gab es schon mal so Sachen, wo du es... Das Ding ist, es gab mal, vielleicht kann ich das kurz so reinwerfen von meiner Position, warum es auch interessant war oder warum es mir viele Leute geschickt haben, weil es gab mal einen Podcast, wo er zu Gast war, eineinhalb Stunden Podcast oder so. Davon wurden auch Ausschnitte gezeigt, glaube ich. Wahrscheinlich, kann sein, diese OMR, glaube ich. Das war mit seinem Geschäftspartner. Nee. Tom oder so. Dann anderer, da war der bei OMR zu Gast. Auf jeden Fall hat er da so delusional und losgelöst von der Realität gewirkt. Also nicht jetzt wie ein böser Mensch oder wie jemand, der unfreundlich ist oder unsympathisch, maybe, aber wirklich wie jemand, der einfach in seiner Traumwelt lebt. Und wenn man zu ihm sagt, ey Finn, aber es ist nicht alles nur so und so und es kann nicht jeder zehn Startups gründen und bla 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 und es gibt auch Menschen, denen geht es, weißt du so, dann sagt er so, nee, nee, man muss einfach nur dran glauben und anpacken, dann geht es schon. Der war so krass in seinem Ding. Das hat schon ein bisschen unsympathisch gewirkt. Okay, ja. Aber jetzt erzähl mal, was du in dem Video da hast. Ja, auf jeden Fall wurde halt erstmal so ein bisschen allgemein erzählt, was er gemacht hat, so auf Jan-Böhmermann-Art mit so diesem, nennt man das, zynischen, also so dieses so leicht ironisch alles erzählt und so mit so einem Unterton, weißt du, so. Ja, und Finn Kliemann ist ja auch ein guter Mensch, weil er macht das und das und dann hat er so halt, da war kein Gag oder so drin, aber man hat schon gemerkt, okay, da wird irgendwann ein kranger Plotwist hier kommen. So ironisch, sarkastisch mäßig. Ja, genau. Und dann hat er halt erstmal so erzählt, was Finn Kliemann macht und so und am Ende quasi, end of the story war, dass die so, das check ich auch nicht, wo man sowas herbekommt, aber die haben WhatsApp-Sprachnotizen von ihnen geleakt, Chat-Nachrichten, E-Mails, die haben Videos aus der Produktion und so, die haben richtig viel geleakt und am Ende quasi, vielleicht kannst du dich dran erinnern, das ist ziemlich viral gegangen, das habe ich auch mitbekommen und ich verfolge wirklich gar nichts von Finn Kliemann. Es gab so, am Anfang von Covid, da haben die so gesagt, hey, wir machen unsere Merch-Produktion quasi auf Stop und anstatt Merch produzieren wir in derselben Masken. Habe ich glaube sogar welche bestellt damals. Genau. Und die Masken kommen aus Europa und Portugal und schaffen quasi Arbeitsplätze in schwierigen Zeiten. So gerade am Anfang von Covid war ja übelst tricky und so. Klingt cool. Genau. Und ist ja an sich ein doper Move gewesen und ich weiß auch noch, dass ich damals so dachte, okay, krass, finde ich nice. Und der Twist war auch, dass die zum Einkaufspreis beziehungsweise zum, wie sagt man das, Selbstkostenpreis. Also die haben halt, sind auf null rausgekommen. Mäßig, genau. Also die konnten halt alle Mitarbeiter bezahlen und alle Leute, die da halt irgendwie dran arbeiten. So das haben die kommuniziert und was rausgekommen ist, ist, dass sie die Masken alle in Bangladesch und in Vietnam produziert haben. Bro, laber nicht. Ich schwöre. Also laut diesen, also das ist die Quelle jetzt. Ich habe nicht, ahnung, ob das wirklich so ist. Aber sie das verdreht. Also hundertprozentig. Wenn du das siehst, dann, es gibt nichts, das anzuzweifeln. Die haben Bilder von, ähm, äh, von so, von so Kisten, wo die so drin sind und da steht so draus, aus Vietnam. Und, ähm, dann sind so E-Mails geleakt worden, wo dann so gesagt wird, yo, hey, äh, können wir die, äh, Kisten aus Bangladesch ohne Aufdruck bekommen? Damit die quasi nicht das nachvollziehen können. Oder was? Ich bin gerade richtig geschockt. Und ich dachte auch so, Bro, what the fuck? Also ich meine, dass der ein bisschen Sachen verkackt, das muss passieren, wenn du so viel machst. Aber das ist ja bösartiges Täuschen so. Genau, genau, das dachte ich nämlich auch. Also da war, davor wurde noch eine andere Sache aufgedeckt. Da hat er so einen Startup gemacht, die quasi sowas wie Airbnb. Und man kann aber quasi ein bisschen was draufzahlen und alles, was draufgezahlt wird, wird quasi in so ein Pott gemacht. Und dann, die Gelder werden so gespendet an Leute, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, irgendwie einen Urlaub leisten können. So mäßig, ne? Und dann wurde was mit dem Wording ein bisschen verkackt und dann mit der, mit der Spendenorganisation, die war, das war nicht ganz richtig abgesprochen und so. Da dachte ich mir so, ja, okay, ist ein bisschen wack, aber ist jetzt auch nicht, also, da könnte man auch noch so argumentieren, das ist jetzt nicht böswillig gewesen. Aber zu sagen, die Masken kommen aus Europa und dann kommen die aus fucking Bangladesch und Vietnam und dann haben die auch, also die haben da auch so in dem Beitrag quasi gefragt, wie viel die da verdienen. Weil, wenn die jetzt halt fair verdient hätten, dann wäre natürlich auch okay, I guess. Aber so, die haben halt so die Hälfte verdient, was man so mindestmäßig braucht in Bangladesch. Ich glaube 200 Euro im Monat waren's. Ähm, und ja, und der Rest kam aus Vietnam und dann wurden auch so Sparnotizen geleakt und eine, eine Nachricht, eine, eine WhatsApp-Nachricht war, Krise kann auch geil sein, Bro. Bruder, ich bin gerade so geschockt. Okay, aber diese Sachen, die geleakt wurden, diese Chats und so, also ist es halt, ist was nur zwischen ihm und so einem engen Geschäftspartner oder wenn es so Gruppen waren, dann ist ja schon plausibel, dass vielleicht einer da drin war auch mit, der hat so gesagt hat, ey, das, das geht nicht. Ja, muss sowas gewesen sein. Also in diesen E-Mails und ich glaube auch in diesen WhatsApp-Dingern war, also es wirkte immer so, als wäre es eine Gruppe gewesen. Bei WhatsApp bin ich mir nicht sicher, aber bei E-Mail, da waren er und sein Geschäftspartner nur als CC drin. Das heißt, da waren auf jeden Fall mehr Leute noch mit involviert. Muss ja, weil die würden sich ja nicht selber ficken. Weißt du, was ich meine? Ja, eigentlich nicht. Außer Geschäftspartner macht halt so einen huge Move draußen. Nee, wir arbeiten ja immer noch zusammen. Ich wurde immer betrogen von ihm. Ja, so KS-mäßig. Ja. Bro, krass. Okay, aber gibt es noch Sachen? Ja, also noch zu diesem Masken-Ding. Ich meinte ja, dass die selbst kostenmäßig waren. Und ich glaube, der Preis für die Masken, hatten die da gesagt, es war, wenn du, ich glaube, über 10.000 holst oder so, auf einmal, also für so Krankenhäuser oder so, war 93 Cent. Ja, 93 Cent, okay. Und angeblich hat es nur irgendwie so 43, 44 Cent gekostet, um die zu liefern, also mit allem drum und dran, laut dem CTS-Magazin. Gut, wenn du es auf Maske runterrechnest, kann sein. Ja, ja, und, also pro Maske. Und das würde quasi von einem Gewinn von 100 Prozent und roundabout einer Million Euro sprechen, was die damit verdient hätten. Vorsteuer, ob wir es, aber so, also wenn das stimmt, bei denen war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das glauben soll. Weil ich kann mir vorstellen, dass es halt vielleicht 43 Cent in der Produktion kostet, aber du musst ja auch Leute bezahlen, die sich dann halt darum kümmern, dass das irgendwie von A nach B kommt. Dass die arbeiten, also das wurde auch bei About You verkauft zum Beispiel und sowas. About You hat dann auch so nachgefragt so mäßig, weil der Tourist war, wie das dann so ein bisschen auch aufgeflogen ist mäßig, oder wo es so ein bisschen mobiliert war. Es gab dann irgendwann Lieferengpässe aus Asien, aber die Masken kommen ja aus Portugal offiziell. Und dann war das so ein huge Bra-Moment anscheinend. Ich bin gerade richtig geschockt. Und eine Sache gab es noch, die fand ich auch funny. Es wurden so 100.000 Masken hergestellt am Anfang. Die waren halt irgendwie, da haben die irgendwas, jetzt habe ich vergessen, aber da haben die irgendwas verkackt. Die waren auf jeden Fall, es war nicht B-Wache, sondern die waren einfach nicht kaputt. Ja, kaputt quasi. Und in den News war so mäßig, ich glaube Tom irgendwas und Finn, Kliemann, spenden 100.000 Masken an Armeländer oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und die haben einfach die kaputten Masken geschickt. Und die haben einfach die kaputten Masken geschickt. Okay, Bro, weißt du, was ich die ganze Zeit für die Frage im Kopf habe? Was denn? Wenn man sowas macht, ist man offensichtlich zum Stand des Tuns dieser Sache ein schlechter Mensch. Yes, ja. Doch, nee, Fakt. Bro, das ist uncool. Da bist du wirklich, nicht mal ein Depp, da bist du wirklich einfach ein schlechter Mensch. Heißt jetzt nicht, kannst du auch wieder dich retten, aber das ist so asozial, das ist ja unfassbar schon. Ich verstehe. Aber weißt du, was ich mich frage, sorry, war das schon immer so oder ist es irgendwann, dass du zehn Jahre lang in diesem fucking, boah, hier ein Business-Crew nach dem anderen, ein Start-up, wo kann ich hier noch Geld raus, hier noch, dass du irgendwann einfach in deinem Kopf verdirbst und dann kommt jemand und sagt, ey, ganz ehrlich, jetzt nur mal so als Idee, was ist, wenn wir sagen Portugal und wir holen es von da und da und da, easy 500k für jeden von uns drin und dann sagst du immer so, ah, fuck it, 500k. Weißt du, dass du irgendwann so wirst, weil ich hinterfrage gerade alles, was der Typ jemals gemacht hat. Ja, ich meine, das ist ja wie so, wir müssen jetzt nicht groß drüber labern, aber es gab ja auch letztens den Ankerkraut-Deal, dass die das an Nestle gesellt haben. Ja. Vielleicht ist es auch sowas, dass man, vielleicht kann man, ist es eine Sache, die man als Normal-Guy nicht nachvollziehen kann, weißt du, was ich meine? Oder was heißt nicht nachvollziehen, aber was vielleicht am Ende dann für die Person in charge gar nicht so easy ist, wie es halt jetzt für uns wirkt. Für uns denkt man so, ja, Bruder, sag doch einfach, dass es aus Bangladesch kommt oder mach es doch einfach in Portugal. Aber vielleicht ist es so, also ich wusste das nicht, aber Finn hat anscheinend nur noch so zwölf Startups oder so. Doch, das wusste ich, ja. So über-crazy. Der Typ arbeitet ja auch so viel, der hatte ja schon Hörsturz und so, einfach vom zu viel Arbeiten und shit. Ja, der hat ja auch, also der macht ja Musik, YouTube, 10 Businesses und so. Ja, dieses Kliemannsland-Ding. Genau, das ist ja auch übelst crazy anscheinend, das ist ja wirklich so ein, wie so diese Selys-Welt, äh, ne, diese, ähm, Selykon, Selykon-Valley. Okay, ja, da würde ich mal hinüben, da könnten wir vielleicht auch mal einen Potty machen von da. Ja, auf jeden Fall hat er ja wie so eine große Landschaft quasi da auch. Das ist ja übelst für Arbeit und vielleicht ist sowas, ja, keine Ahnung, vielleicht outsourzt man irgendwie sowas auch und sagt so, ja, ich vertraue jetzt halt dem, dem Tom oder so, dem Geschäftspartner da oder sowas. Ja, kann sein, aber ich meine, du, also diese Leaks, die da waren, die liegen doch schon nahe, dass Finn auch von diesen ganzen Sachen wusste mit diesen Masken und shit, oder? Waren das nur Sachen, die da waren? Ja, ja, er wusste das auf jeden Fall, ja. Ja, gut, dann bist du... Da war auch so eine Sparnotiz am Anfang, ich weiß aber nicht genau, die könnte auch so ein bisschen out of context sein, da hat er so gesagt, ähm, dass die Masken nicht mit so einem Filter, und so sein sollen, sondern einfach so nicht medizinisch, dass die quasi, sonst muss man auf irgendwelche Auflagen achten. Ja, ja, okay, einfach so Stoff, ja. Ja, I don't know. Okay, haben wir noch was aufgedeckt? Oh, ich überlege gerade. I don't know, ich glaube, das war alles, aber das, I don't know, ich fand das weird, weil, also, aber das, weißt du, wofür das so widerspricht oder was mir das so als Bestätigung wiedergibt? In dieser Welt ist es einfach so, wenn irgendwas oder irgendjemand zu gut wirkt, ist er auch most of the time zu gut. Ja, ja, 100 pro. Also, oder dieses Auftreten ist zu gut. 100 pro, aber das habe ich mir schon immer gedacht. Ich glaube, ich bin Podcast-Fasch nicht, aber so privat, so, habe ich auch schon immer gesagt, Digga, wo alle immer so sagen, boah, warum finde ich den Klima so voll cool? Wo ich sage, ja, schon, aber findet ihr nicht, dass irgendwas stimmt doch da nicht? Ja, okay. Der macht zu viel und es ist alles so, hey, ich bin der lockere Typ von nebenan, ab einem gewissen Punkt kriege ich ein komisches Bauchgefühl. Ja, also, keine Ahnung, ich finde jetzt nicht, dass man den jetzt komplett wegcanceln muss, so mäßig. Boah, finde ich schon. Oder mit diesem Corona-Masken-Ding. Ja, klar, schon, no, ne? Also, das ist nicht halt gesagt, das ist halt in dieser Situation, diese Angst, in dieser Anfangsphase Corona, das ist halt auch ein Level, wie diese Leute, die irgendwie Corona-Stationen, Teststationen, wohl nicht mal, ist sogar schlimmer noch. I don't know. Aber bei dieser Teststation, ja, da gab es so Leute, die haben dann so Tests gefakt, damit die so mehr Money machen, weißt du das? Ja, aber die werden jetzt gerade alle hochgenommen. Geil. Da waren dann Leute in den Knast und so. Checkst du, also, ich will jetzt nicht so der Guy sein, der jetzt am Ende dann mit der Conclusion rauskommt, Covid ist so planned oder so, das ist natürlich auch Bullshit. Ich hoffe, dass du nicht in der Nähe von dieser Conclusion rauskommst. Nein, 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 nein. Aber checkst du, dass es so Businesses gibt, also, ist ja in jeder Krise so, egal, ob es jetzt Covid ist oder eine Finanzkrise, es gibt ja immer Leute, die profiten davon. Na klar, indirekt irgendwie, ja. Irgendwie, ja. Und es wurden einfach in diesen zwei Jahren Covid einfach Milliarden Unternehmen hochgezogen, Bro. Es gibt diese eine Kette, ich glaube, die ist sogar nur in Deutschland oder nur in Europa, was heißt nur Europa? also halt nicht weltweit und die diese Testzentren machen ich habe vergessen wie die heißen, aber die gibt es auf jeden Fall auch in Köln Corona Point kann sein, dass es das ist genau und die haben quasi nochmal so ein Überding die dann nochmal mehrere haben und die wird jetzt auf irgendwie Milliarden also die haben eine Milliarde Umsatz oder nicht nur Umsatz, sondern wirklich Gewinn gemacht in diesen zwei Jahren ja das ist krass aber irgendwie ist, also weil die gehen hin, machen diese Teststation hilf dir den Leuten, wenn die Preise fair sind, wenn es nicht so PCR für 200 Euro ist, aber Corona Points haben auch unterschiedliche Preise in der Standort, aber ich habe halt so einen Stand, bei dem ich oft hingehe und der hatte wirklich faire Preise so und dann denke ich, ey die helfen den Leuten man kann sich testen lassen, die machen gute Arbeit dafür sollen die so viel Geld verdienen wie die wollen voll, so meine ich das auch nicht, aber ich finde es trotzdem crazy so überleg mal wie viel Geld einfach eine Milliarde Euro sind ich habe irgendwann, letztens habe ich sowas gelesen wenn du, wie lange sagen wir, wenn wir ja 100 Jahre leben ja, 100 Jahre 400, sagen wir mal 400 Tage pro Jahr roundabout ist leichter zu rechnen dann lebt man 40.000 Tage korrekt? ich glaube ja und damit du quasi eine Milliarde auf dem Konto hast, müsstest du bei 40.000 eins, zwei 200 ok, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder zurück das bleibt dran ich glaube, wenn ich richtig gerechnet habe, müsstest du herzlich willkommen zurück, hier ist Kevin mit Antwort ich glaube, man müsste sein Leben lang 200.000 Euro pro Tag bekommen ist das richtig? warte mal, 200.000 ich rechne mal kurz nach ok also ja, ich würde aber auch zu diesem Thema ganz kurz einkrietschen, wenn du rechnest ja dass man gefühlt aber auch ich rechne mal mit den richtigen Zahlen wie alt wird der Durchschnittsmensch? 70 Jahre? na ich glaube 80 80, ok 80, ja sorry, also ja gut, je nach Generation Niklas, hier in der Kamera ist ein bisschen aber ich glaube unsere Generation schon zu die die Generation von unseren Großeltern da wird es wahrscheinlich schon eher in die 70 gehen die haben noch Asbest geatmet die haben unter Tage noch gearbeitet ohne Maske und alles die haben noch die haben noch mit den Mündern haben die noch in der Erde rumgegraben da war einiges los bei denen hei, hei, hei ähm ich finde aber man verliert auch ein bisschen den Bezug zu diesen Summen wenn du dann halt so scheiß hörst wie so äh Twitter wird verkauft für 40 Milliarden du, du, du verlierst da so ein bisschen so 40, oh ja, ok, klar 40 Milliarden Bro, so crazy es ist auch so ein bisschen so hm ist halt so, hm, ja, ok ja ab einer Milliarde ist es wenn du so sagst paar Millionen krass ey die Geissens haben irgendwie ein Haus für eine Million gekauft oder so aber ab einer Milliarde wird es wieder so wie so ein Monopoly Geld okay ich hab mich ein bisschen verrechnet aber äh mit der neuen Rechnung wenn du 80 Jahre alt wirst im Durchschnitt und du müsst jemand müsste dir von Geburt an jeden Tag 34.000 Euro geben unversteuert damit du das auf dem Konto hast am Ende das ist krass 34 fucking K Bro das ist das ist das ist basically ein sehr sehr geringes ist das ein sehr sehr geringes Jahresgehalt was ist das am Monat ja ok ne ein durchschnittliches Jahresgehalt hm das ist glaube ich sogar ein überdurchschnittliches Jahresgehalt ne ich weiß nicht ist auch scheißegal ich war letztens bei diesem Schätzding und da war das höher das durchschnittliche Monat Ding war da irgendwo was 4 oder 5 aber ich glaube diese Zahl war falsch wir haben so ein Chat äh so ein Chats Battle gemacht wo wir ähm die Frage beantworten mussten was das Durchschnittseinkommen im Jahr ist von einem Kölner und wir kamen am Ende auf einem Monatsgehalt von irgendwie so 4 oder 5k Bro what the fuck ich weiß nicht ob das ein Köln Ding dann ist oder ob die halt einfach wirklich nur so Vollzeit beschäftigt damit gezählt haben dass so diese dass halt so diese 400 Euro Jobber die putzen gehen oder so dass die rausfallen I don't know also ich kann mir nicht vorstellen Bro weil das müsste ja heißen es gibt halt auch super viele Leute die halt so 8 oder 9 verdienen weil es auch super viele Leute gibt die 1 oder 2 verdienen gut es gibt halt auch Leute die dann so 100 oder 200 oder 1 Million oder 2 verdienen im Monat ich glaube das waren normal Beschäftigte nein nein alle es waren alle die komplette Bandbreite wie viel verdient der Durchschnittsmensch in Köln aber es hieß doch Durchschnittsgehalt ja aber jemand der eine Mille kriegt weil er zum Beispiel anlegt oder sowas das ist doch kein Gehalt naja das ja gut okay anlegt dann nicht aber sagen wir wenn jetzt jemand eine Mille bekommt weil er angestellt ist als kranker Manager bei weiß ich nicht FC Köln keine Ahnung wie die Arzten heißen also die kriegen eine Mille nein aber als Beispiel mir ist kein besserer Job eingefallen aber es gibt ja sicher Leute die irgendwo angestellt sind und 300k im Monat machen und die sind ja auch mit drin ja okay bei irgendwelchen Banken oder so in meinem Kopf ist es halt so dass die den Schnitt nicht so krass hochreißen können aber vielleicht schon das ist halt wenn du halt so wie viel Einwohner hat Köln boah gute Frage 7, 8 so viel nein Bro Berlin hat 3 3 Einwohner jetzt ein weniger du bist ja hier 2 3 Millionen ne ich dachte 7, 8000 das weißt du nicht wie viel Einwohner diese Dreckstadt wo ist mir auch egal zieht alle weg und sucht euer Glück woanders mein Gott dann sind nämlich endlich mal die Restaurants frei die 3 Disken Bruder apropos das war ein Doppel apropos ist mir egal apropos äh Restaurants schreib bitte nicht so das übersteuert alles die Wichser hier ich hab noch was rausgefunden es ist nicht nur das um 21 Uhr alle Restaurants zu machen weil da anscheinend keiner mehr in Köln Hunger hat jetzt kommt's noch wilder findet man ein ordentliches Restaurant zwischen 13 und 17 Uhr impossible die Bastarde machen ne Mittagspause und du bist also und man der dritte Fact ist du bist ausgelacht wenn du mehr als ein oder zwei Getränke bestellst die Experiments hatte ich auch mal hab ich noch nicht erzählt ne da war ich mal in so einem Restaurant relativ als ich hier frisch hör mal auf das so randulieren hier sorry als ich relativ frisch in Köln war und da waren wir zu einem chinesischen Restaurant und die hatten halt so einen Litchi Eistee Bruder der hat so krank geschmeckt gell und ich bin ja auch jemand ich hab's immer übel viel Durst ich kann immer übel viel tränken du ja auch du bestellst ja immer insgesamt zwei Getränke direkt ja ist auch das Smartste auf der Welt und ich war halt da so okay hab mal so ein Litchi getrunken wir saßen auch echt lange bis du kam und so es war ein gemütlicher Abend ich dachte so okay hat er richtig Durst halt und dann hab ich halt dann irgendwann den dritten Litchi mal bestellt und dann ich glaub beim dritten war es schon so dass sie sagt kann ich noch irgendwas bringen und ich sag so ich würde noch so ein Litchi Eistee nehmen gell und dann sagt diese so krass dann guckt die mich so an also bestell du mal ich bin die Bedienung bevor wir unser krankes Roleplay machen ich dachte dass du zwei auf einmal bestellt hast du hast einfach noch mehr als ein Getränke bestellt ich hab einfach ich hatte zweimal Litchi und jetzt will ich gerne noch einen haben okay ich bin du okay Entschuldigung ja ich hätte ganz gerne noch einen von diesen Litchi Eistees die war mega lecker noch einen das war die Reaction 100% unterzeugen kann ich dir sagen Henke war dabei die hat so gesagt ich kann es gar nicht nachvollziehen die hat so gelacht und hat gesagt noch einen und ich so ja sorry und dann hab ich danach irgendwann nochmal einen bestellt dann war sie schon mit ihrer Kollegin da dann haben die sich nochmal einen abgekeckt und dann hab ich gesehen als ich nach hinten dann gelaufen ist Richtung Küche also ich glaub ich war Gesprächsthema in diesem Restaurant weil ich halt Getränke bestellt hab wo ich halt denk warte mal kurz macht ihr nicht über die Getränke den Umsatz also solltet ihr nicht froh sein dass hier jemand Getränke bestellt ey ich check es gar nicht alles Geldwäsche dann gibt's wiederum als Gegenbeispiel da wo ich gestern mit Max war mit Kran Crafter achso ich wollt grad fragen wo waren die wo hab ich das vergessen das war irgendwas so ein Italiener mit A Antonio wie nenn ihn mal Antonio Antonius war dann mit Antonius ja und da war so wir hatten so ich glaub wir hatten so 14 Uhr und wir haben halt so Getränke bestellt und dann hat sich halt so gefällt ja was wollt ihr und dann meinte ich so ja bitte eine stille Flasche Wasser äh was sagst du ist okay ja okay auf jeden Fall eine stille Flasche Wasser und da meinte Max so ein Aperol Spritz bitte und guckt dann so die Kellner an und ich hab oder Max hat ja mal ein Highlight sagen oder ein klein Aperol Spritz bisschen auf dem Winter und das ist verrückt da wurde Daydrinking gemacht crazy und ähm auf jeden Fall hat sie mich dann so angekuckt und ich hab anscheinend so ein fragendes so ein überlegenes hey soll ich auch Gesicht gegeben und dann meinte sie so ohne dass ich irgendwie gefragt wurde ja für dich dann auch ein oder und dann hab ich natürlich gesagt ja smart und dann hat sie direkt natürlich zwei verkauft und eins davon hat 8 Euro gekostet ja und Warenwert von Aperol Spritz ist ein Euro 10 ja oder wie Finn Klimmann sagen würde produziert in Portugal ne Freunde mein Aperol kommt aus Portugal und den verkaufe ich euch für einen Einkaufswert durch stark 8 Euro stark ich wollte noch ganz kurz was einfach einfügen so ein bisschen aus meinem persönlichen Leben ne können wir die Story skippen okay danke dir ja ähm wusstest du übrigens dass dieser Kaktus hier echt ist ich dachte das wäre eine Prop aber der ist tatsächlich echt es gibt ein Funfact dazu und zwar gibt es das ganze jetzt lass ihn mal stehen nein ich will dir was zeigen siehst du diesen Namen hier Nippon ich sehe wo sehe ich was hier ist irgendwo Nippon Nippon ja das ist der Name von diesem Kaktus der hat jetzt ein Emote bekommen in meinem Chat ja das ist Nippon Hay weil es sieht nämlich so aus als würde das quasi so ein Hai machen so weißt du so das ist völlig wild und äh ich hab den schon seit 2-3 Monaten und also ich weiß nicht wie lange der schon existiert aber seit 2-3 Monaten steht er hier in meinem Raum und ähm das ist die erste Pflanze die ich gesehen habe die auch Staub drauf hat muss mal gucken da ist erstmal so ein richtig dicker Staubfilm drauf das ist eine Sache die ich noch nie gesehen habe vorher und ich hab die noch nie gegossen deswegen hat ja auch zeig mal seinen anderen zeig mal die andere Seite seinen anderen Arm der liegt da mit drin achso warte den kann ich kurz rausholen hier das ist der andere Arm und Digga Nippon Nippon ist ein Kriegsversehrter weißt du der Kriegsversehrter hat eine Rente ich glaub nicht okay schade äh aber äh Freunde das wird unser Podcast Kaktus jetzt auch sein und ich werde den jetzt regelmäßig gießen also ihr werdet jetzt guck mal ihr werdet jetzt wahrscheinlich hier sein und gerade aber wir machen schon seit einem Jahr quasi diesen Videopodcast und Leute werden zurückgehen zu dieser Folge und gucken wie Nippon aussieht jetzt und wie Nippon aussieht in einem Jahr hier war er noch frisch Nippon wird in einem Jahr mega gut aussehen hier war er noch frisch Freunde weißt du was schaffst du dass der blüht sag jetzt kann das blühen ja ich schaff das glaub mir ich werde alles tun falls du es nicht schaffst dass er in einem Jahr einmal geblüht hat musst du 100 Euro donaten an die an die Kaktus Kriegskasse okay an die Kaktus Veteranenstiftung ähm was wollte ich erzählen fuck irgendwas wegen Nippon ist auch egal jetzt nein es war eine Banger Story ja okay ist es eine Banger Story jetzt ist ein Banger Gag aber wenn jetzt kommt der zu auf Kraft okay jemand in meinem Chat hat geschrieben dass der früher mal 3D war und nur weil ich ihn nicht gegossen hab ist der jetzt so flach oh der Arme wirklich der hat hier unten auch irgendwie eine mega Beschädigung reinbekommen der ist hier unten hat der irgendwie so hat der irgendwie wieder einmal angefickt ähm ja das ist gestern passiert ähm da hab ich Valorant gespielt und kennst du das wenn man so einen Flick macht nach rechts und der stand rechts vom Mauspad dann hab ich ihn so runtergesmashed deswegen liegt da auch so Erde noch ah okay und als wir das erste Mal hier reinkamen vorhin hat Niklas mich gefragt ob das Tabak ist Anni Miguel war's ja dann lass doch einfach Nippon hier stehen wo er sein will auch der will nicht bei dir da vorne sein doch nein guck ihn doch an oder der der kippt schon halb um der ist schon tot der arme oder ich sag mach schon mal die 100 Euro Donation lieber jetzt nee aber das interessiert mich also apropos was ich mein apropos quasi ja wollte noch eine persönliche Story erzählen aus meinem Live ähm und zwar bin ich mal wieder mit einem Autofahrer zusammengeraten ja mental verbal achso also ja aber jetzt nicht unfallmäßig sag mal hätte auch sein können okay ja also es war so interessante Situation weil ich war alleine im Auto und hinter mir hinter mir war eine Frau die gefahren ist und ein Mann ihr Freund oder ihr Mann beide in einem Auto genau er saß neben ihr neben ihr und gesagt du sollst immer neben ihr sagen so Schwäbisch neben ihr kannst du die komplette Story in Schwäbisch erzählen also es war so ich bin gefahren halt allein im Auto und dann war hinter mir war eine Frau die gefahren und der Mann saß eben der Mann jetzt mach ich da lässt seine Frau fahren gut also jetzt mach ich ja ja also ich fahr aus dem Parkhaus raus an der Schranke mal Schranke hoch fahr raus so jetzt aber so im Parkhaus habe ich keinen Empfang geht ja auch schnell auf einmal höre ich hinter mir einen Hooper Hooper ist ja immer ein Lacher auch höre ich hinter mir einen Hooper aber das war nicht so hey sorry die Schranke ist noch nicht runter gegangen kannst du bitte vorfahren sondern es war so hey geh weg weißt du und ich schon so okay jetzt nervt es mich schon gerade und dann bin ich losgefahren und rechts entlang und bin so gefahren und dann so okay gut gucken wir mal was passiert und die Frau ist auch rechts abgeholt also die gleiche Wegfahrer wie ich und dann dachte ich so okay und ich habe so im Rückspiel gemerkt der Vibe war so ein bisschen aggressiv aggressiv von ihr der Mann war so also ich habe das Gefühl gehabt der Mann wollte sich so beruhigen und sie war so ich muss los scheißdreck und hat so Handtasche gehoffet und so geschminkt noch im Spiegel weißt du noch und dann fahre ich so und dann war das so eine krasse Fußgängerzone wo ich nur so 10 kmh fahren durfte eigentlich oder so oder so 20 oder 30 und ich dachte so und ich habe so gedacht gut du warst kurz auf Charakter und jetzt ist sie wieder reingeswischt ich habe mir so gedacht jetzt ist es ja so Fußgänger gefährlich da fahre ich lieber ein bisschen langsamer dass nichts passiert und sie hat halt die übelste boah das ist so schwierig sie hat halt die übelste Hektikette dahinter und hat so klenkt und ich war scheißdreck und fahre hat so Funke und so und ich dachte so ich sehe gar nichts ich fahre ganz gemütlich mit meiner 50 kmh hier durch die 30er Zone durch und sie konnte mich nicht überholen du kannst auch du kannst auch wieder das Rutsch noch ich finde es aber geiler aber es ist schwierig also sie konnte mich nicht überholen und ich habe gemerkt wie die immer hektischer wurde immer hektischer immer hektischer und der Mann neben ihr hat sich so versucht zu beruhigen hat so hat so gehaben gut und so und dann kamen wir an eine Kreuzung wo ich dann rechts abbiegen wollte und sie anscheinend links aber es war so eine sie konnte mich trotzdem nicht überholen also wir konnten nicht nebeneinander fahren dass ich rechts und sie sondern die musste hinter mir warten bis ich weg bin dann konnte sie erst abbiegen und ich habe halt beim Abbiegen mir sage ich mal sehr viel Zeit gelassen mit Absicht um sie zu zögern ja ich habe die komplett getriggert auf den ganzen Weg bin da extra langsam auch gefahren da waren keine Menschen ich bin einfach ohne Grund 15 kmh die richtig gedacht du blöde Sau warte mal ob du noch einmal so mich anrufst so und dann bin ich richtig langsam und dann bin ich richtig langsam abgebogen und dann kam ein Fußgänger und dann dachte ich oh da warte ich mal noch und so und die war richtig am tilten richtig am kochen und dann bin ich so abgebogen aber langsam und dann ist sie so neben mich geschlüpft hat das Beifahrerfenster runtergelassen ich natürlich hatte Fenster unten habe Musik gehört habe gechillt mein Leben es hat ihr Beifahrerfenster runtergelassen was hast du für einen Song gehört für Vibe sag einen guten Song den du sonst so den du gehört haben könntest ich glaube wirklich es war We Made It von Tilo ok ja ich sing mal leise im Hintergrund für den Vibe ok Bruder We Made It krass krass also ich fahr auf jeden Fall da rechts und sie konnte neben mich macht das Beifahrerfenster runter und schreit sag mal wo hast du du deinen Pyruscheid mach so auf die Art höre ich noch so ich habe nur so und habe sie so ausgelacht und dann merke ich aber was interessantes weil dann hat der Typ während sie so rumgebrüllt hat hat er das Fenster wieder hochgemacht und meinte so auf und meinte so auf nee nee hör auf jetzt hör auf jetzt und so ich glaube der hat den Retalk Schiss von mir oder so ich denke aber ich glaube nicht das war gut na ich sah schon gefährlich mit dem 1er ich bin ein BMW Fahrer ja da hat man schon Schiss BMW Fahrer sind unkontrollierbar dachte ich so das kannst du eigentlich nicht bringen du musst in dem Moment auch wenn du denkst oder meine Freundin ist hier gerade am übertreiben ihres Lebens musst du das mitspielen und musst auch noch rausrufen ja du machst du eine Beweiligung nutze die man hier ja dann musst du halt auch so rausrufen ja Mann wo hast du in den Führerschein her pass auf bevor ich aussteige hier ja und dann muss ich schnell weiterfahren ja weil das Ding ist wenn du das nicht machst riskierst du halt den übelsten Beziehungsstreit und ich wette mit dir Bro die beiden hatten auf jeden Fall Stress und der Bruder hat zwei drei Tage auf der Couch gepennt und ist absolut nicht late nein late gegangen late gegangen wir sagen auf Deutsch getting late wurde nicht hat er keinen Sex hat er keinen Sex ja vor allem du also du hast Beziehungsstreit und du stehst halt auch peinlich vor mir da ja du hast einfach das ist eine loose loose Situation in alle Richtungen und alle Fußgänger die diese Situation ja auch beobachtet haben dachten halt auch so Bro was ist das für ein Übertreiberauto da links oha diese nette Herren in dem schwarzen BMW 1 das sieht sehr sympathisch aus ich glaube nicht dass sie das gedacht haben oh schon nee halte ich für ein Gerücht doch ja krass also das ist echt heftig das habe ich das allererste Mal erlebt wo wir uns getroffen haben in meiner ersten Berliner Wohnung da haben wir es wieder das klingt so als hätte ich mehrere ja mehrere in Berlin auch bei Nummer 1 und 2 und 3 ja in meiner ersten Berliner Wohnung da sind wir mal Auto gefahren und ich weiß noch da war so ein Opa vor uns oder neben uns oh der Opa den weiß ich bis heute noch der hat irgendeine Scheiße gemacht ich weiß es nicht mehr wir waren an so einer T-Kreuzung oder so und ich wäre halt einfach ja ich hätte mir so gedacht ja Junge so warst du ein Knecht so und dann wäre er einfach weitergefahren Dominik fährt vorbei hobelt Fenster runter brüllt den komplett nieder ich sag dir wie es passiert ist wir sind da auf so einer Stelle rausgefahren und da war eine Straßenbahn auf der Straße gerade die gehalten hatte oder die die hat auch ich konnte also nicht quasi ganz auf die Straße abbiegen weil steht eine Straßenbahn ich kann nicht auf die Straßenbahn drauf fahren so jetzt wollte ein Opa der aber auch jetzt nicht so ein lieber Opa war sondern so ein nerv Opa der wollte so halt die Straße überqueren also diesen Teil der Ausfahrt überqueren und konnte halt da jetzt nicht in einer geraden Linie durchlaufen sondern musste halt ums Auto rum weil ich halt da stand weil ich kann ja nicht fliegen aber der Opa zu Fuß unterwegs ja ja und dann ist er halt so weitergelaufen und dann hatten wir Fenster unten und ich hab halt nur gehört wie der dann so ein, zwei Meter als er um mich rumgelaufen ist so übelst rumgeschimpft hat so was soll die Scheiße fahr doch los was bla 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 so hab ich gedacht boah das muss ich mir nicht sagen lassen ja warum beleidigt mich dieser Mann ich kann nichts dafür und dann hab und dann hab ich entweder war Fenster unten oder ich hab Runde gemacht und hab gesagt ich hab den ja nicht mal beleidigt ich hab gesagt Digga wo soll ich denn hin hier ist eine Straßenbahn und dann hat er noch so weiter gesagt ah you try strike here hab ich gesagt hab ich vielleicht gesagt halt die Fresse oder sowas ja hab ich vielleicht ein bisschen bleib krass ich würd das ja nie machen ich würd das immer ich schuck sowas immer runtermäßig ich bin auch ruhiger geworden aber es gibt halt so Situationen wo ich so denke Bro wenn ich jetzt gerade da wäre würde ich auch halt ich schimpf halt vielleicht mit zu in einem Fenster oder so aber so so zu schimpfen dass man weiß der andere hört es das lass ich mir nicht gefallen mach das nicht weil ich denke dann auch so ein bisschen so ich tue der ganzen Gesellschaft einen Gefallen weil vielleicht der Typ das nächste Mal wenn er wieder so bruttlermäßig unterwegs ist so ein schweres Wort bruttler was ist das? so schimpfmäßig so moxmäßig dass er dann vielleicht sich doppelt überlegt und vielleicht weißt du guck mal wir kennen alle Leute die wenn die so angeschimpft werden vielleicht die das richtig zu Herzen nehmen und dann so richtig noch drüber nachdenken so hab ich da irgendwas falsch gemacht oh ja vielleicht hat er das gemacht ja true und deswegen will ich dann quasi diesen Leuten so ein Mahnmal auch setzen und sagen bro chill mal ein bisschen mit deiner Mozerei immer so weil halt chill mal so ich find du bist ein richtiger Gutmensch hast du mal drüber nachgedacht Masken aus Portugal zu verkaufen das witzig wo du's sagst ja ich werd alles von mir bekommen aus Portugal nice nice ja ja bro I don't know ich bin nie so der Schimpfer gewesen aber ich fahr auch einfach besser Auto als du hundertprozentig ich fahr auch hundertprozentig besser Auto als du nein einhundertprozentig aber was machst du das immer wenn immer wenn wir mit dir mitfahren hab ich immer Angst um mein Leben wenn ich mit mir selber fahre dann nicht hast du wirklich Angst um mein Leben du fährst schon sehr wild es gab diese eine Situation in Berlin wo du uns fast umgebracht hättest nee du hättest mich fast umgebracht warte mal ganz kurz du lügst nein for real Bruder sagst du grad echt du hast Angst um dein Leben nicht Angst um mein Leben aber du fährst manchmal sehr wild ja okay aber es passiert ja nichts in der Situation da wäre ich fast gestorben bei was denn Bro wo wir kurz vor meiner Wohnung waren da ist diese huge ass Kreuzung und da muss man quasi so wenn man links abbiegt muss man halt warten bis die von also pass auf Kreuzung ja so eine Kreuzung Bro was packst du hier für eine Lügengeschichte ich erinnere mich gar nicht mehr daran sag mal bitte eine Kreuzung sag mal bitte eine Kreuzung okay schau jetzt hier quasi von deinem Oberschenkel wollten Leute zu deiner oberen linken Hand das ist die rechte das ist die rechte Hand und von der rechten Hand wollten Leute zu dem Oberschenkel okay ja wir wollten jetzt aber abbiegen zum Kaktus zu Nypon ja so und jetzt muss man ja wenn man von deinem Oberschenkel kommt und zu Nypon möchte muss man ja warten bis die von der rechten oberen Hand erst zu deinem Oberschenkel gefahren sind checkst du die müssen ja so erst fahren und du wolltest quasi hier abbiegen und die hier wären uns fast reingefahren und ich war halt auf der Beifahrerseite das heißt mich jetzt komplett erwischt kann ich mir nicht mehr daran erinnern aber es kann nicht so dramatisch gewesen sein sonst hätte ich es mir gemerkt Bro das war übelst dramatisch ich habe es eingebrannt wirklich ich habe ich habe dieses Auto entgegenfahren sehen und du hast im letzten Moment noch gebremst Digga ich weiß wirklich nicht mehr und das war wirklich das war so eine 3 Meter Nummer ich dachte vielleicht dachte ich an der Stelle dass man so vorne an der links abbiegt oder so und die sind dann auf einmal geradeaus oder so I don't know ja was weiß ich aber sowas habe ich schon übelst oft mitbekommen mit dir ja dass ich mitfahre und dass sowas passiert ja das macht mich gerade bei mir traurig sorry das in Kombination mit du brüllst immer alle in den Rentner an ist halt so in meinem Kopf krass dass ich besser Auto fahre krass das ist ein Downer aber man muss auch sagen du kümmerst dich besser um dein Auto du ich glaube dass du jemand bist der so eher weil wenn ich halt zum Beispiel das ist dann wieder das wo du besser Auto fährst kannst mich kannst gerade für mich persönlich nicht retten die gibt es mit dem bist du wirklich gebrochen warum gebrochen nein ich bin sauer warum denkst du dass du besser Auto fährst als ich ich bin sauer und enttäuscht ich denke ich habe ich habe bessere Reaktionen und ich denke ich habe uns schon so oft den Arsch gerettet nein Lüge diese eine Situation in Berlin mit dem Kreisel wo ich in letzter Sekunde noch ausgewichen bin ja aber die ist nur passiert weil du weil du schlecht gefahren bist vorher nein doch wieso weil bin ich schlecht gefahren ich bin meine Spur gefahren und einer ist mir reingezogen achso das ja aber ich weiß auch dass wir schon mal in so einem Kreisel waren muss man dazu sagen die Kreisel sind doch immer schlimm aber daher wäre auch fast wegen dir ein Unfall passiert weil du irgendwie auf der falschen Spur warst oder so krass ich weiß auf jeden Fall auch noch dass wir in Kroatien auf diesen super engen Bergstraßen waren oh ja genau krass und ich das ganze Ding immer im Griff habe ich glaube wir sind einfach unterschiedliche Fahrer ich glaube du bist einfach halt du bist halt so ein Allmann ich mache halt was keine Ahnung so fährst du dein Ding und ich bin halt vielleicht ich improvisiere ein bisschen mehr aber ich weiß halt im Notfall habe ich einfach immer habe ich die Reactions am Start habe krasse Reaktionszeiten ja okay und habe einfach ein krasses Gefühl für mein Auto wo weit geht es hin und so weil auf diesen Bergstraßen wo ich mit dem Opel Transporter gefahren bin fair da musste ich genau wissen wo bin ich und so und alle Unfälle alle Unfälle die ich bisher hatte davon okay davon war einer nur ich hatte bisher auch nur drei und davon wurde nur einer selbst verschuldet alle anderen ist mir jemand reingefahren und diese selbst verschuldete war halt es war nachts es war dunkel und es lag ein Baum auf der Straße weil halt weil halt ein Sturm war davor und es war halt in der Kurve also gut das ist technisch gesehen selbst verschuldet aber es gab eigentlich keine Möglichkeit das zu sehen so also von dem her möchte ich sagen meine Felgen habe ich noch nie angekratzt same ne also ich glaube das können wir so stehen lassen dass wir gleich gut sind ja das ne das stimmt also so was jetzt Autofahrskill so im Allgemeinen angeht bist du auf jeden Fall besser also dieses Kontrolle vom Auto typen ich würde auf jeden Fall sagen du kannst besser einparken ich würde auf jeden Fall sagen du kannst besser in engen Straßen fahren erzähl mal mehr du kannst besser im Ausland fahren würde ich sagen ja und du kommst halt mit so neuen Situationen mit neuen Autos auch besser klar und schneller super kommst du sehr gut klar ja du wartest gerade in diesen Komplimenten ich brauch's gerade du hast die Batterie sehr entladen jetzt ladest du sie ruhig auch wieder ein bisschen auf ja und ich bin besser in sicher fahren in Deutschland ok weil ich ich fahr halt vorsichtiger in so Kurven und so ja ok ich bin auch jemand der gerne mal Gas gibt ja ist ja auch kein Geheimnis ich wurde eventuell auch schon mal bei 220 ja auf der Autobahn ja gut oder ich wurde auch schon mal bei 180 geblitzt in der 120er ja gab's alles schon äh ne mit 160 nein gar auf jeden Fall ähm das passiert auch schnell ja safe wenn unbegrenzt auf einmal 120 und du checkst nicht ja 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 und äh aber ich fahr immer vorsichtig also zum Beispiel auf der Autobahn wenn ich auf der Autobahn Spurwechsel mache da hab ich irgendwann mal gelernt in der Fahrstuhl dass man es immer langsam machen soll und ich wechsle die Spur so dieses über langsam also wirklich dieses so ich brauch so 10 bis 15 Sekunden naja ist ein bisschen übertrieben aber 10 Sekunden bis ich auf der nächsten Spur bin what the fuck ich fahr so so langsam so wenn hier diese zwei Spuren sind dann fahr ich so das ist doch nicht sicherer so das ist doch weil wenn da einer wie du es gerade vorgemacht hast war doch normal ja aber wenn einer im toten Winkel ist Bro dann schnippel ich den nicht und bau einen Unfall sondern der kann früh genug noch hupen weil der mich rüberfahren sieht langsam zum Beispiel dann mach ich immer einen Schulterblick jedes Mal ja same jedes einzelne Mal ich lass nie den Schulterblick weg ich mach auch immer einen Schulterblick ähm das ist doch normal wer macht das nicht viele Leute mein Dad der fährt einfach rüber I guess ja mit so Spiegel und so okay das Ding ist das ich mach dann halt auch keinen Schulterblick wenn die Autobahn leerer ist und ich halt die ganze Zeit den Rückspiegel und den Verkehr halt beobachte das mach ich immer wenn ich fahr dass ich halt genau weiß okay auf der rechten Spur ist dieser rote Toyota Dings hinter mir und links der Golf wenn ich dann rüber wechsle in die Mitte dann muss ich es nicht machen weil ich die ganze Zeit immer geschaut hab gerade nachts siehst du wenn ein Auto kommt aber auch reflexartig machst du dann kurz so oder hast du einen toten Winkelwarner die okay das hab ich in meinem Auto zum Beispiel nicht hab ich auch nicht so wie Apple Carplay was ich auch nicht hab in einem fucking 80k Auto dafür hast du einen Kofferraum der random aufgeht der ist stark ja das ist mega das ist ein Feature und immer noch geil dass wenn der Kofferraum aufgeht dass dann die Kamera die sich hier befindet die gar nicht verknüpft ist mit dem Kofferraum nicht geht dann einfach die Kamera ist so einen halben Meter tiefer klar macht Sinn und man geht davor aus weil man will ja auch nicht einparken oder die Rückwärtskamera benutzen wenn mal der Kofferraum zufällig aufgeht braucht man ja nicht braucht man nicht nö der Kamerastrom geht so durch diesen Pin innen vom Kofferraum nur wenn der so eingerastet ist dann kann der Strom so fließen für die Kamera das ist so dumm haben die PMB so ingeniert was nicht dumm ist ist diesem Video oder diesem Podcast entweder eine gute Bewertung auf Spotify oder iTunes zu geben oder einen Daumen nach oben auf YouTube lasst uns gerne zu allem ein nices Kommentar da ich würde mich freuen vielleicht auch zu dem Klima-Thema ein bisschen was eure Meinung ist also in der ersten Folge waren die Kommentare jetzt so hey cooler Podcast und so das freut uns natürlich auch aber ihr könnt auch super gerne so thematisch was wir labern sollen und so genau oder was zu dem Thema sagen vielleicht greifen wir noch was auf und sagen so boah da haben wir gar nicht dran gedacht super gerne oder sowas jemand hat zum Beispiel in die Kommentare geschrieben schau dann an dich dass wir vielleicht große cozy Stühle nehmen sollen dass das Ganze noch ein bisschen mehr kuschelig wirkt hier ich finde nicht schlecht aber wir können mal gucken ja wir gucken mal wir können ja vielleicht auch mal so wie so eine mini PowerPoint-Präsentation vorbereiten für eine der nächsten Folgen wo wir mal ein paar Stuhl-Examples euch zeigen und dann können wir vielleicht als Community entscheiden welche wir nehmen das könnt ihr so ein bisschen mitwirken apropos mitwirken ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr noch Ideen für Sachen die wir reinstellen können macht wir haben mehr von diesen Dingern also wir haben von denen insgesamt vier Stück da oben die und noch zwei weitere da rechts das heißt wir haben mehr von denen wir können zum Beispiel auch noch hier was hinstellen oder da oben oder so wenn ihr Ideen habt Freunde dann schreibt uns gerne in die Kommentare wir lesen die wirklich aktiv also ich habe richtig viele Kommentare gelesen ja ich auch geil geile zweite Folge Digga Freunde macht's gut vergesst auch nicht die ganze Spotify-Arts wir vergessen euch natürlich auch nicht lasst uns auch eine Bewertung da weiterhin als Audio ganz normal weil es ja einige Fragen gab jeden Montag 14 Uhr genau Uhrzeit hat sich geändert da waren einige die sagen oh bitte Audio vorher 8 Uhr werden wir es erstmal nicht machen es release alles zusammen 14 Uhr aber dann hört es einfach Dienstagmorgen ist ja auch easy in dem Sinne Freunde macht's gut Peace out E-Town Ciao 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 Ciao